die toten seelen vertrödelt hatte noch größere vorwürfe machte er sich weil er mit ihm vom geschäft gesprochen hatte er hatte so unvorsichtig wie ein kind wie ein narr gehandelt das geschäft war durchaus nicht von der art daß man es dem nosdrjow anvertrauen konnte ist ein übler bursche nosdrjow kann noch verschiedenes hinzulügen gott weiß was für gerüchte loslassen und dann wird ein furchtbarer klatsch daraus entstehen das ist nicht gut gar nicht gut ich bin einfach ein narr sagte er sich selbst er schlief die ganze nacht sehr schlecht gewisse kleine äußerst lebhafte insekten bissen ihn furchtbar schmerzhaft so daß er mit allen fingern die verletzten stellen kratzte und dabei sprach hol euch der teufel mitsamt er erwachte sehr früh seine erste handlung war stiefel und schlafrock anzuziehen durch den hof nach dem stall zu gehen und zelifan zu befehlen unverzüglich anzuspannen als er durch den hof zurückkehrte stieß er auf nosdrjow der gleichfalls einen schlafrock anhatte und schon seine pfeife rauchte nosdrjow begrüßte ihn recht freundschaftlich und fragte wie er geschlafen habe nicht schlecht antwortete tschitschikow recht trocken ich schlief aber fürchterlich bruder sagte nosdrjow so einen dreck sah ich die ganze nacht im traume dass es sogar scheußlich wäre es wieder zu erzählen im munde hatte ich aber nach dem gestrigen abend einen geschmack als ob darin eine ganze schwadron übernachtet hätte denkt ihr nur mir träumte dass man mich mit ruten züchtigte bei gott und denke dir nur wer das wirst du niemals erraten der stabsrittmeister patzerlujew und der leutnant kufschinikow es wäre gar nicht schlecht dachte sich tschitschikow wenn man dich in wirklichkeit mit ruten züchtigte beikott und das tat weh als ich erwachte fühlte ich sogar ein jucken am ganzen körper das waren wohl die verdammten flöhe nun geh hin zieh dich an ich will gleich zu dir kommen ich muß nur noch dem verwalter diesem schuft ein donnerwetter machen tschitschikow ging auf sein zimmer um sich zu waschen und anzuziehen als er darauf ins speisezimmer kam stand schon der tee nebst einer flasche rum auf dem tisch im zimmer waren noch spuren vom gestrigen mittag und abendessen zu sehen offenbar hatte noch kein besen den boden berührt auf dem boden lagen brotkrumen herum und auf dem tischtuch war noch tabaksasche zu sehen der hausherr selbst der bald darauf erschien trug unter seinem morgenrock nichts als die nackte brust auf der eine art bart wuchs wie er so mit der pfeife in der hand dasaß und den tee aus der tasse schlürfte bot er ein ausgezeichnetes modell für einen maler der die geschleckten und gekräuselten oder kurzgeschorenen herren nicht leiden mag die man auf den schildern der barbiere sieht nun wie denkst du fragte nasdrjow nachdem er eine weile geschwiegen hatte willst du um die seelen spielen ich habe es dir doch schon gesagt bruder dass ich nicht spiele wenn du sie verkaufen willst so kaufe ich sie gern verkaufen mag ich sie nicht das wäre nicht freundschaftlich ich will nicht weiß der teufel wovon den rahm abschöpfen ein kartenspiel ist eine andere sache spielen wir doch wenigstens eine partie ich hab dir schon gesagt dass ich nicht will willst du auch nicht tauschen nein ich will nicht dann höre wir wollen eine partie dame spielen wenn du sie gewinnst gehören alle seelen dir ich habe doch eine menge seelen die in den listen noch nicht gestrichen sind hey porfiri bring mal das damenbrett her vergebliche mühe ich werde nicht spielen das ist doch was ganz anderes als kartenspiel hier kann weder von glück noch von einem schwindel die rede sein alles hängt vom können ab und ich mache dich schon im voraus darauf aufmerksam dass ich sehr schlecht spiele du wirst mir etwas vorgeben müssen ich will mal versuchen dachte sich tschitschikow mit ihm dame zu spielen dame spiele ich sonst nicht schlecht und schwindeln kann er dabei nicht schön es sei eine partie dame will ich spielen die seelen setze ich mit hundert rubeln ein warum denn mit hundert es genügt wenn du sie mit fünfzig einsetzt fünfzig ist doch kein betrag lieber gebe ich für die gleichen hundert rubel auch noch einen jungen hund mittlerer sorte oder ein goldenes anhängsel in form eines petschaftes dazu also gut sagte tschitschikow und was gibst du mir vor fragte nosdrjow warum soll ich dir was vorgeben natürlich nichts dann will ich wenigstens die beiden ersten züge haben ich will nicht ich spiele selbst schlecht das wissen wir wie schlecht ihr spielt sagte nosdrjow einen zug machend schon lange habe ich keinen stein in der hand gehabt sagte tschitschikow gleichfalls einen stein vorrückend das wissen wir wie schlecht ihr spielt sagte nosdrjow beim zweiten zug schon lange habe ich keinen stein in der hand gehabt sagte tschitschikow wieder einen stein vorrückend »Das wissen wir, wie schlecht ihr spielt«, sagte Nastrov, indem er mit der Hand einen Stein und zugleich mit dem Ärmel einen zweiten vorschub. »Schon lange habe ich keinen Stein in der Hand gehabt. Hey, hey, was ist denn das, Bruder? Schieb ihn doch zurück«, sagte Chichikov. »Wen denn?« »Nun, den Stein«, sagte Chichikov. Im selben Moment bemerkte er dicht vor seiner Nase auch noch einen zweiten Stein, der eben im Begriff war, Dame zu werden. Woher dieser Stein plötzlich aufgetaucht war, das wusste Gott allein. »Nein«, sagte Chichikov sich erhebend, »mit dir kann man unmöglich spielen. Das geht nicht, drei Züge auf einmal.« »Warum denn drei? Es war ein Versehen. Der eine Stein hat sich zufällig verschoben. Ich will ihn gern zurückschieben.« »Und wo kommt der andere her?« »Welcher andere?« »Dieser da, der eben Dame werden will.« »Da haben wir es, als ob du es nicht mehr wüßtest.« »Nein, Bruder, ich habe alle Züge gezählt und habe alles im Kopf. Du hast ihn eben erst hergesetzt. Sein Platz ist hier.« »Wie? Wo ist sein Platz?« sagte Noshtriow errötend. »Wie ich sehe, Bruder, bist du gar ein Dichter?« »Nein, Bruder, du scheinst eher Dichter zu sein, doch einer ohne Erfolg.« »Für wen hältst du mich denn?« »Für wen hältst du mich denn?« sagte Noshtriow. »Werde ich etwa mogeln?« »Für gar nichts halte ich dich.« »Aber ich will nicht mehr mit dir spielen.« »Nein, du darfst nicht mehr zurücktreten«, sagte Noshtriow, sich immer mehr ereifernd. »Das Spiel ist angefangen.« »Ich darf wohl zurücktreten, denn du spielst nicht so, wie es einem anständigen Menschen geziemt.« »Nein, du lügst, das darfst du nicht sagen.« »Nein, Bruder, du lügst selbst.« »Ich habe nicht gemogelt und du darfst nicht mehr zurücktreten.« »Du musst die Partie zu Ende spielen.« »Dazu kannst du mich nicht zwingen«, sagte Tschitschikow kaltblütig. Er trat ans Brett und warf alle Steine durcheinander. Noshtriow geriet in Wut und ging so nah an Tschitschikow heran, dass dieser zwei Schritte zurückwich. »Ich werde dich zwingen zu spielen. Das macht nichts, dass du die Steine durcheinander geworfen hast. Ich kann mich aller Züge erinnern. Wir stellen sie wieder so auf, wie sie standen.« »Nein, Bruder, die Sache ist erledigt. Ich werde mit dir nicht mehr spielen.« »Du willst also nicht spielen?« »Du siehst doch selbst, dass es unmöglich ist, mit dir zu spielen.« »Nein, sage es gerade heraus. Du wirst nicht mehr spielen?« sagte Noshtriow immer näher an Tschitschikow herantretend. »Ich will nicht«, sagte Tschitschikow, indem er sich für jeden Fall beide Hände vors Gesicht hielt, denn die Situation wurde tatsächlich brenzlig. Seine Vorsicht war durchaus am Platze, denn Noshtriow holte schon mit der Hand aus, und es hätte leicht passieren können, dass eine der anmutigen, vollen Backen unseres Helden mit unverwischbarer Schmach bedeckt worden wären. Er parierte aber geschickt den Schlag, packte Noshtriows beide kampflustigen Hände und hielt ihn fest. »Porfiri! Pavlushka!« schrie Noshtriow in seiner Wut, indem er sich zu befreien versuchte. Als Tschitschikow diese Worte hörte, ließ er ihn los, da er die Leibeigenen nicht zu Zeugen dieser ärgerniserregenden Szene machen wollte, und zugleich fühlte, dass es doch nutzlos wäre, Noshtriow festzuhalten. In diesem Augenblick kamen Porfiri und Pavlushka ins Zimmer, der Letztere war ein handfester Bursche und es schien gar nicht vorteilhaft, mit ihm etwas zu tun zu haben. »Du willst also die Partie nicht zu Ende spielen?« fragte Noshtriow. »Antworte!« »Es ist unmöglich, die Partie zu Ende zu spielen«, sagte Tschitschikow und blickte zum Fenster hinaus. Er sah seinen Wagen fertig im Hofe stehen, und Zelifan schien nur auf den Wink zu warten, um vorzufahren. Es war aber gar keine Möglichkeit, aus dem Zimmer herauszukommen. In der Türe standen die beiden handfesten, leibeigenen Narren. »Du willst also die Partie nicht zu Ende spielen«, wiederholte Noshtriow feuerrot vor Zorn. »Wenn du spielen würdest, wie es einem anständigen Menschen geziemt, so kann ich aber nicht.« »Aha! Du kannst also nicht, Schurke!« »Weil du siehst, dass du bei mir nicht gewinnen kannst, sagst du plötzlich, dass du nicht kannst!« »Haut ihn!« schrie er wütend, sich an Porfiri und Pavlushka wendend, während er selbst ein Pfeifenrohr aus Weichselholz in die Hand nahm. Tschitschikow wurde bleich wie Leinwand. Er wollte etwas sagen, fühlte aber, dass seine Lippen sich nur lautlos bewegten. »Haut ihn!« schrie Noshtriow mit dem Pfeifenrohr in der Hand auf ihn losstürzend, ganz in Feuer und Schweiß, als gelte es, eine unbezwingbare Festung zu erobern. »Haut ihn!« schrie er mit einer Stimme, mit der bei einem wichtigen Sturmangriffe ein tollkühner Leutnant, dessen wahnsinnige Tapferkeit solche Berühmtheit erlangt hat, dass ein eigener Befehl ergangen ist, ihn in den entscheidendsten Augenblicken bei den Händen zu halten, seinen Soldaten »Vorwärts, Kinder!« zuzurufen pflegt. Der Leutnant ist aber schon ganz im Banne der Schlacht. In seinem Kopfe dreht sich alles. Das Vorbild Suwarows schwebt ihm vor, es gilt eine große Tat. »Vorwärts, Kinder!« schreit er. Vorwärts drängend, ohne sich zu überlegen, dass er dem vorberechneten allgemeinen Angriffsplan schadet, dass Millionen von Gewehrläufen aus den Schießscharten der unbezwingbaren in die Wolken ragenden Festungsmauern starren, dass seine ohnmächtige Kompanie wie Pflaum in die Luft fliegen wird, und dass schon die verhängnisvolle Kugel pfeift, die ihm seinen vorlauten Mund verschließen wird. Wenn aber Nastrov einen solchen tollkühnen, besinnungslosen, eine Festung bestürmenden Leutnant darstellte, so machte die Festung, gegen die er zog, durchaus keinen unbezwingbaren Eindruck. Die Festung hatte im Gegenteil solche Angst, dass ihr das Herz in die Hosen gefallen war. Schon war ihm der Stuhl, mit dem er sich verteidigen wollte, von den Leibeigenen entrissen, schon war er, mehr tot als lebendig, mit geschlossenen Augen bereit, das tscherkesische Pfeifenrohr des Hausherrn zu kosten. Doch dem Schicksale war es angenehm, die Seiten, die Schultern und alle die edlen Körperteile unseres Helden zu retten. Ganz unerwartet erklang plötzlich wie aus den Wolken Schellengeläute, ein Wagen fuhr dröhnend vor, und das schwere Schnaufen und Schnarchen einer erhitzten Troika wurde sogar im Zimmer vernehmbar. Alle blickten unwillkürlich zum Fenster hinaus. Ein Mann mit Schnurrbart in halb militärischer Uniform stieg aus dem Wagen. Nachdem er sich im Vorzimmer erkundigt hatte, trat er ins Zimmer just in dem Augenblick, als Tchitschikow, der sich von seinem Schreck noch nicht erholt hatte, sich in der jämmerlichsten Lage befand, die je ein Sterblicher erfahren hat. »Darf ich fragen, wer ist hier Herr Nasdrjow?«, fragte der Unbekannte, mit einigem Erstaunen bald auf Nasdrjow, der mit dem Pfeifenrohr in der Hand dastand, und bald auf Tchitschikow, der aus seiner unvorteilhaften Lage eben zu sich zu kommen begann, blickend. »Gestatten Sie zuerst die Frage, mit wem ich die Ehre habe?«, fragte Nasdrjow näher herantretend. »Ich bin der Polizeihauptmann.« »Und was wünschen Sie?« »Ich komme, um Ihnen eine mir eben zugegangene Meldung mitzuteilen, nämlich, dass Sie sich im Anklagezustand befinden, bis der gegen Sie schwebende Prozess erledigt ist.« »Unsinn! Was für ein Prozess!«, sagte Nasdrjow. »Sie sind in den Fall des Gutsbesitzers Maximoff verwickelt, den Sie in trunkenem Zustande durch Rutenschläge persönlich beleidigt haben sollen.« »Sie lügen! Ich habe einen Gutsbesitzer Maximoff nie im Leben gesehen.« »Mein Herr, lassen Sie es sich gesagt sein, dass ich Offizier bin. Das können Sie Ihrem Diener sagen und nicht mir.« Tschitschikow wollte gar nicht abwarten, was Nasdrjow darauf erwidern würde. Er ergriff schleunig seine Mütze, schlüpfte hinter dem Rücken des Polizeihauptmanns hinaus, stieg in seinen Wagen und befahl Selifan, die Pferde im Galopp anzutreiben. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von »Die toten Seelen« von Nikolaj Vasiljevic Gogol Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unser Held hatte ordentlich Angst bekommen. Obwohl der Wagen im rasendsten Tempo dahin jagte und Nasdrjows Besitzung schon längst hinter den Feldern, Anhöhen und Hügeln verschwunden war, blickte er noch immer voller Angst zurück, als setzte man ihm nach. Er atmete schwer und als er die Hand versuchsweise aufs Herz legte, fühlte er, dass es so heftig hüpfte wie eine Wachtel in einem Käfig. »Das war mal ein Dampfbad. Ist das ein Kerl?« An die Adresse Nesdrjows ergingen noch viele schwere und kräftige Verwünschungen, sogar einige unanständige Worte waren darunter. Aber was soll man machen? Ein aufgebrachter Russe kann gar nicht anders. Die Sache war auch durchaus kein Scherz. »Man mag sagen, was man will«, »sagte er zu sich selbst.« »Aber wäre der Landpolizeimeister nicht rechtzeitig gekommen, so käme ich vielleicht nicht mehr in die Lage, die Welt Gottes zu schauen.« »Wie eine Blase auf dem Wasser wäre ich geplatzt.« Ohne jede Spur, ohne Nachkommen, ohne meinen künftigen Kindern ein Vermögen und einen ehrlichen Namen zu hinterlassen. Unser Held war um seine Nachkommenschaft außerordentlich besorgt. »So ein schlechter Herr«, dachte Silifan, »so einen Herrn habe ich noch nie gesehen. Dem könnte ich einfach ins Gesicht spucken. »Laß lieber einen Menschen hungern, aber einen Gaul mußt du doch füttern, denn der Gaul liebt den Hafer. Das ist seine Nahrung. Was für uns zum Beispiel unsere Kost ist, das ist für ihn der Hafer. Er ist seine Nahrung.« Auch die Pferde schienen ungünstig über Nasdrjow zu denken. Nicht nur der Braune und der Assessor, sondern auch der Scheck waren schlechter Laune. Obwohl er immer einen schlechteren Hafer bekam und Silifan ihm seine Portion niemals anders in den Trog schüttete, als mit den Worten »Ach, du Schuft«, so war es doch immerhin Hafer und nicht gemeines Heu. Er verzehrte den Hafer mit Hochgenuß und steckte seine lange Schnauze häufig in die Trüge seiner Freunde, um zu versuchen, was für eine Beköstigung sie bekamen, besonders, wenn Silifan nicht im Stalle war. Aber diesmal kriegte er nichts wie Heu. Das war gar nicht gut. Alle waren unzufrieden. Alle diese Unzufriedenen wurden aber bald in ihren Betrachtungen auf die unerwartetste Weise unterbrochen. Alle, auch der Kutscher, kamen erst dann zur Besinnung, als ein mit sechs Pferden bespannter Wagen sie überrannte und fast über ihren Köpfen das Geschrei der im Wagen sitzenden Damen und die Flüche und Drohungen des fremden Kutschers erklangen. »Ach, du Spitzbube, ich habe dir doch laut zugeschrien, wende nach rechts, du Krähe! Bist du gar betrunken!« Silifan sah sein Versehen wohl ein, aber da der Russe seine Schuld vor anderen nicht gerne zugibt, so nahm er eine stolze Haltung ein und sagte, »Und was fährst du so schnell? Hast du deine Augen etwa in der Schenke versetzt?« Gleich darauf versuchte er, seinen Wagen zurückzuziehen, um sich aus dem fremden Gespann zu befreien. Es war aber nichts zu machen, alles war durcheinander geraten. Der Scheck beschnüffelte neugierig die neuen Freunde, die plötzlich rechts und links von ihm standen. Die Damen, die im Wagen saßen, verfolgten dies alles mit ängstlichen Minen. Die eine war alt, die andere blutjung, vielleicht sechzehnjährig, mit goldigem Haar, das hübsch und geschickt um ihr niedliches Köpfchen angeordnet lag. Das hübsche Oval ihres Gesichts rundete sich und schimmerte in einem durchsichtigen Weiß, wie ein frisches Eichen, das frisch gelegt von den braunen Händen der prüfenden Haushälterin gegen das Licht gehalten wird und die leuchtenden Sonnenstrahlen durchlässt. So durchsichtig waren auch ihre feinen Ohren, die im warmen Lichte, das sie durchdrang, erglühten. Der Schreck, den ihre offenen, gleichsam erstarrten Lippen ausdrückten und die Tränen in den Augen, alles war an ihr so reizend, dass unser Held sie einige Minuten lang betrachtete, ohne dem Durcheinander von Menschen und Pferden auch die geringste Beachtung zu schenken. »Zurück, du Novgoroder Krähe!« schrie der fremde Kutscher. Silifan zog die Zügel an, der fremde Kutscher machte dasselbe. Die Pferde wichen ein wenig zurück, sogleich vermischte sich aber alles von Neuem. Dem Schecken gefiel die neue Bekanntschaft, die er bei dieser Gelegenheit machte, so sehr, dass er nicht mehr vom Flecke wollte, auf den er durch die Macht des Schicksals geraten war. Er legte seine Schnauze seinem neuen Freunde auf den Hals und schien ihm etwas ins Ohr zu flüstern, vermutlich einen großen Unsinn, denn der Fremde schüttelte beständig die Ohren. Der Skandal lockte die Bauern aus dem Dorfe herbei, das zum Glück in der Nähe lag. Da solch ein Schauspiel für einen Bauern ein Segen Gottes ist, wie für den Deutschen die Zeitung oder der Club, so sammelte sich bald um die Equipagen eine ganze Menge. Nur die alten Weiber und die kleinen Kinder blieben im Dorfe zurück. Man entwirrte die Stranghölzer und versetzte dem Schecken einige Püffe auf die Schnauze, sodass er zurückwich, mit einem Worte, die Wagen und die Pferde wurden getrennt. War es der Ärger, der die fremden Pferde befiel, weil man sie von ihren Freunden getrennt hatte, oder war es bloßer Eigensinn, sie blieben jedenfalls wie angewurzelt stehen, wie wütend der Kutscher auf sie auch einhieb. Die Teilnahme der Bauern nahm ungeheure Ausmaße an, ein jeder kam mit seinem Ratschlag. Geh, Andryuschka, nimm du das rechte Beipferd am Zaum. Onkel Mityaj soll sich aber aufs Mittelpferd setzen. Setz dich, Onkel Mityaj. Der hagere, lange, rotbärtige Onkel Mityaj bestieg das Mittelpferd und wurde sofort dem Glockenturm einer Dorfkirche ähnlich, oder richtiger einem Haken, mit dem man das Wasser aus dem Brunnen heraufholt. Der Kutscher hieb wieder auf die Pferde ein, doch ohne jeden Erfolg. Onkel Mityaj hatte nicht viel erreicht. Halt, halt, schrieen die Bauern. Onkel Mityaj, setzt du dich auf das Beipferd, und auf das Mittelpferd soll sich Onkel Mityaj setzen. Onkel Mityaj, ein breitschultriger Bauer mit pechschwarzem Bart und einem Bauch wie jener Riesensamowar, in dem das wärmende Getränk für einen ganzen frierenden Markt gekocht wird, bestieg nicht ungern das Mittelpferd, das sich unter ihm fast bis zur Erde senkte. »Jetzt geht die Sache,« schrieen die Bauern. »Hau zu, hau zu, gib ihm die Peitsche, dem Braunen. Was zappelt er wie eine Mücke?« Als sie aber sahen, dass die Sache gar nicht vorwärts ging und das Hauen nichts half, bestiegen Onkel Mityaj und Onkel Mityaj gemeinsam das Mittelpferd, während sich auf das Beipferd Andruschka setzte. Schließlich verlor der Kutscher die Geduld und jagte, wie den Onkel Mityaj, so auch den Onkel Mityaj davon und er tat gut daran, denn von den Pferden stieg sofort solch ein Dampf auf, als hätten sie, ohne Atem zu holen, mindestens eine Station zurückgelegt. Er ließ sie eine Minute ausruhen und dann begannen sie ganz von selbst zu laufen. Während dieser Ereignisse betrachtete Tschitschikow sehr aufmerksam die junge Unbekannte. Er versuchte einigemal mit ihr ins Gespräch zu kommen, aber es gelang ihm nicht. Die Damen fuhren indessen davon, das hübsche junge Mädchen mit den feinen Gesichtszügen und der feinen Taille verschwand wie eine Vision und nur der Wagen, die Straße, die dem Leser schon bekannten drei Pferde, Silifan, Tschitschikow und die leeren glatten Felder blieben zurück. Überall im Leben, wie in seinen rohen, armseligen, verschimmelten, unappetitlichen Schichten, so auch unter den eintönig kalten, langweilig sauberen Ständen, überall begegnet dem Menschen wenigstens einmal im Leben eine Erscheinung, die allem, was er bisher gesehen hat, unähnlich ist und die in ihm wenigstens einmal ein Gefühl weckt, das von allen Gefühlen, die er je empfunden, verschieden ist. Überall allen Leiden zum Trotz, aus denen unser Leben gewebt ist, fliegt plötzlich eine schimmernde Freude vorbei, wie eine glänzende Equipage mit goldenem Geschirr, herrlichen Rossen und funkelnden Spiegelscheiben, die unerwartet an einem entlegenen armen Dörfchen vorüberjagt, das außer den Bauernwagen nie etwas gesehen hat. Lange stehen die Bauern mit weit aufgerissenen Mündern und entblößten Köpfen da, obwohl die wunderbare Equipage schon längst ihren Blicken entschwunden ist. Ebenso unerwartet ist auch diese Blondine in unserer Erzählung aufgetaucht und dann ebenso plötzlich verschwunden. Wäre an Tchitschikows Stelle irgendein zwanzigjähriger Jüngling ein Hussar, ein Student oder sonst irgendein junger Pfand, der erst eben ins Leben tritt, mein Gott, was wäre da in ihm nicht alles erwacht? Lange stünde er wie erstarrt am gleichen Fleck, die Augen wie geistesabwesend in die Ferne gerichtet. Gleichgültig gegen den Weg und die in erwartenden Vorwürfe und Rügen wegen der Versäumnis, ohne an sich selbst, an den Dienst an die Welt und alles in der Welt zu denken. Unser Held war aber schon in mittleren Jahren und von einem kühlen und umsichtigen Charakter. Er versank zwar in Gedanken, doch diese waren nicht so fantastisch, sondern gründlich und mehr positiver Natur. Ein nettes Mädel, sagte er, indem er seine Tabaksdose öffnete und eine Prise nahm. Was ist aber an ihr so schön? Schön ist an ihr, dass sie soeben aus einer Pension oder einem Institut kommt und dass ihr noch alles Weibische fehlt, also gerade das, was an den Frauen am unangenehmsten ist. Sie ist jetzt wie ein Kind. Alles an ihr ist einfach. Sie sagt, was ihr in den Sinn kommt und lacht, wenn sie eben lachen will. Aus ihr kann man alles machen. Sie kann zu einem wahren Wunder heranwachsen und auch zu einem Ekel. Und es wird aus ihr auch sicher ein Ekel werden. Wenn nur alle die Mamachen und Tantchen sie in Behandlung nehmen, in einem einzigen Jahre werden sie sie dermaßen mit allerlei Weibereien vollstopfen, dass ihr eigener Vater sie nicht mehr erkennen wird. Sie wird plötzlich aufgeblasen und geziert werden, wird sich darüber den Kopf zerbrechen, wie, wie lange und mit wem sie sprechen darf und wen sie anschauen soll. Sie wird jeden Augenblick fürchten, mehr zu sagen als nötig. Sie wird sich in allen diesen Dingen verstricken und zuletzt ihr ganzes Leben zu einer Lüge machen. Weiß der Teufel, was aus ihr werden wird. Tschitschikow hielt in seinen Gedanken inne und fuhr dann fort. Es wäre doch interessant, zu wissen, aus welcher Familie sie ist. Was mag ihr Vater sein? Ist er ein angesehener, reicher Gutsbesitzer oder einfach ein wohlgesinnter Mann mit einem im Staatsdienste erworbenen Vermögen? Wenn dieses Mädchen so an die zweihunderttausend Rubelchen mitbekäme, wäre sie ein recht leckerer Bissen, dann könnte sie sozusagen ein Glück für einen anständigen Menschen bilden. Die zweihunderttausend Rubelchen malten sich so verlockend in seinem Kopfe, dass er sich schon zu ärgern begann, dass er während der Geschichte mit den Äquipagen vom Vorreiter oder Kutscher nicht erfragt hatte, wer die durchreisenden Damen waren. Das Gut Sopakiewiczs, das bald vor ihm auftauchte, zerstreute jedoch seine Gedanken und lenkte sie auf den einzigen, ihn immer interessierenden Gegenstand. Das Dorf erschien ihm recht groß, zwei Wälder, ein Birken und ein Fichtenwald fassten es wie zwei Flügel, der eine dunkler, der andere heller, von rechts und links ein. In der Mitte ragte das hölzerne Herrenhaus mit einem Mezzanin, einem roten Dach und Wänden von dunkelgrauer oder richtiger unbestimmter Farbe, ein Haus, wie man sie bei uns für Militärsiedlungen und deutsche Kolonisten zu bauen pflegte. Es war ihm anzusehen, dass der Baumeister bei seiner Arbeit ständig mit dem Geschmack des Hausherrn zu kämpfen hatte. Der Baumeister war ein Pedant und strebte nach Symmetrie. Der Hausherr dachte aber nur an Bequemlichkeit und hatte wohl infolgedessen alle Fenster an der einen Seite vernagelt und an ihrer Stelle nur ein einziges durchbrochen, das er wohl für eine dunkle Kammer brauchte. Auch das Fronton kam trotz aller Bemühungen des Baumeisters nicht in die Mitte des Hauses, denn der Hausherr hatte ihm befohlen, eine der seitlichen Säulen zu beseitigen und so standen statt der beabsichtigten vier Säulen nur drei da. Der Hof war von einem festen und ungewöhnlich dicken Holzgitter eingefriedet. Der Besitzer legte anscheinend überhaupt das größte Gewicht auf Dauerhaftigkeit. Die Pferdeställe, Schuppen- und Küchengebäude waren aus schweren, dicken Balken errichtet, als sollten sie Ewigkeiten überdauern. Auch die Bauernhäuser waren wunderbar fest gezimmert, es gab an ihnen zwar kein Schnittswerk und sonstige Verzierungen, dafür waren die Balken fest und ordentlich aneinandergefügt. Selbst das Brunnengehäuse war aus festem Eichenholz gemacht, wie man es nur für Mühlen und Schiffe verwendet. Mit einem Wort, alles, was Tchitschikow auch sah, stand unwankbar und solide in einer festen und plumpen Ordnung da. Als sein Wagen vorfuhr, erblickte Tchitschikow zwei Gesichter, die fast gleichzeitig zum Fenster hinaus sahen. Ein weibliches, lang und schmal wie eine Gurke mit einer Haube bekleidet, und ein männliches, rund und breit, wie ein moldauischer Kürbis, aus dem man in Rußland die zweiseitige, leichte Balalaika macht, den Stolz und die Freude eines forschen, zwanzigjährigen Bauernburschen, der den Mädchen mit weißem Busen und weißem Hals, die sich versammelt haben, um dem leisen Klimpern zu lauschen, keck, zupfeift und zublinzelt. Nachdem die beiden Gesichter hinausgeschaut hatten, verschwanden sie gleich wieder. Ein Lakai in grauer Joppe mit blauem Stehkragen trat auf den Flur hinaus und führte Tchitschikow ins Vorzimmer, wo ihn schon der Hausherr erwartete. Als er den Gast sah, sagte er kurz, »Ich bitte!« und geleitete ihn in die inneren Gemächer. Als Tchitschikow Sopakewitsch von der Seite ansah, erschien er ihm diesmal wie ein Bär von mittlerer Größe. Die Ähnlichkeit wurde noch dadurch vervollständigt, dass er einen Frack von der Farbe eines Bärenpelzes mit sehr langen Ärmeln trug, sehr lange Hosen anhatte und seine Füße beim Gehen so schief voneinander setzte, dass er den anderen beständig auf die Füße trat. Seine Gesichtsfarbe war glühend rot wie die einer Kupfermünze. Bekanntlich gibt es auf der Welt viele solche Gesichter, bei deren Vollendung sich die Natur nicht allzu viele Mühe machte und keinerlei feinere Instrumente wie Pfeilen, Bohrer und so weiter gebrauchte, sondern einfach mit einer Axt ausholte. Mit einem Hieb machte sie die Nase, mit einem anderen die Lippen, dann machte sie mit einem großen Bohrer die Augen und ließ den Menschen ohne weitere Bearbeitung mit den Worten »Er lebe« in die Welt laufen. So ein kräftiges und wunderbar festgefügtes Antlitz hatte auch Sopakiewicz. Er hielt es eher gesenkt als aufrecht, bewegte den Hals gar nicht und blickte infolgedessen denjenigen, mit dem er sprach, nur in seltenen Fällen an. Meistens sah er auf die Ofenecke oder auf die Tür. Als sie durch das Speisezimmer gingen, sah ihn Tchitschikow noch einmal von der Seite an. Ein Bär, ein richtiger Bär. Der Zufall wollte es noch, daß er auch Michailo Simeonowitsch hieß, wie man in Rußland die Bären zu nennen pflegt. Da Tchitschikow seine Angewohnheit, den Leuten auf die Füße zu treten kannte, bewegte er die seinigen äußerst vorsichtig und ließ ihn vorausgehen. Auch der Hausherr selbst schien diese seine Untugend zu kennen und fragte ihn sofort, »Habe ich sie nicht belästigt?« Worauf Tchitschikow dankend versicherte, er habe nicht die geringste Belästigung gespürt. Als sie ins Gastzimmer traten, zeigte Sopakiewicz auf einen Sessel und sagte wieder, »Ich bitte.« Nachdem Tchitschikow Platz genommen, musterte er die Wände und die Bilder, die an diesen hingen. Es waren Stiche, die lauter tapfere griechische Feldherren in ganzer Figur darstellten, den Mauro Cordato in roter Hose, Uniformrock und einer Brille auf der Nase, den Miauli und den Kanari. Alle diese Helden hatten so starke Schenkel und so mächtige Schnurrbärte, dass man beim bloßen Anblick erzitterte. Unter diesen herkulischen Griechen hing aus unbekanntem Grunde der schmächtige, magere Fürst Bagration, mit kleinen Fahnen und Geschützen am unteren Rande des Stiches, der in einem ganz schmalen Rahmen steckte. Dann folgte wieder die griechische Heldin Bobelina, deren Bein allein viel größer schien als der ganze Rumpf jener Stutzer, die die heutigen Salons füllen. Der Hausherr, der selbst ein rüstiger und kräftiger Mann war, schien Gewicht darauf zu legen, dass auch sein Zimmer von lauter kräftigen und stämmigen Menschen geschmückt werde. Neben der Bobelina hing dicht am Fenster ein Käfig, aus dem eine dunkle Amsel mit weißen Pünktchen hervorschaute, die gleichfalls große Ähnlichkeit mit Sopakewitsch hatte. Der Gast und der Hausherr hatten kaum zwei Minuten geschwiegen, als die Tür aufging und die Hausfrau, eine große Dame in einer Haube, mit hausgefärbten Bändern, ins Gastzimmer trat. Sie bewegte sich mit großer Würde und hielt den Kopf aufrecht wie eine Palme. »Das ist meine Feodulia Ivanovna«, sagte Sopakewitsch. Tschitschikow küßte Feodulia Ivanovna die Hand, die sie ihm fast in den Mund stopfte, wobei er Gelegenheit hatte, die Wahrnehmung zu machen, dass ihre Hände mit Gurkenwasser gewaschen waren. »Herzchen, ich empfehle dir den Pawel Ivanovich Tschitschikow«, fuhr Sopakewitsch fort. »Ich hatte die Ehre, ihn beim Gouverneur und beim Postmeister kennen zu lernen.« Feodulia Ivanovna bot Tschitschikow Platz an, wobei sie gleichfalls »Ich bitte« sagte und eine Kopfbewegung machte, wie sie die Schauspielerinnen machen, die auf der Bühne Königinnen darstellen. Dann setzte sie sich aufs Sofa, hüllte sich ganz in ihr Wolltuch und bewegte von nun an weder die Augen noch die Brauen. Tschitschikow hob wieder die Augen und sah wieder den Kanari mit den dicken Schenkeln und dem unendlich langen Schnurrbart, die Bobelina und die Amsel in ihrem Käfig. Fast fünf Minuten schwiegen sie alle. Man hörte nur, wie die Amsel auf dem Holzboden des Käfigs die Getreidekörner aufpickte. Tschitschikow musterte noch einmal das Zimmer und alles, was darin war. Alles war dauerhaft, im höchsten Grade plump und hatte eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Hausherrn selbst. In einer Ecke des Gastzimmers stand ein bauchiger Sekretär auf vier ungemein plumpen Füßen, ein richtiger Bär. Der Tisch, die Sessel, die Stühle, alles sah ungemein schwer und ungemütlich aus. Mit einem Worte, jeder Gegenstand, jeder Stuhl, schien sagen zu wollen, auch ich bin ein Sopakiewicz oder auch ich sehe Sopakiewicz ähnlich. »Wir haben von Ihnen beim Kammervorsitzenden Iwan Grigorjewitsch gesprochen«, sagte endlich Tschitschikow, als er sah, dass niemand Lust hatte, ein Gespräch zu beginnen. »Am vergangenen Donnerstag. Wir haben da die Zeit äußerst angenehm verbracht.« »Ja, ich war an jenem Abend nicht dort«, antwortete Sopakiewicz. »Ist doch ein prachtvoller Mensch.« »Wer denn?« sagte Sopakiewicz mit einem Blick auf die Ofenecke. »Der Kammervorsitzende.« »Das ist Ihnen wohl nur so vorgekommen.« »Er ist Freimaurer, sonst aber ein Dummkopf, wie es einen zweiten in der Welt nicht gibt.« Diese etwas schroffe Charakteristik machte Tschitschikow ein wenig stutzig. Dann faßte er sich wieder und fuhr fort. »Natürlich, jeder Mensch hat seine Schwächen. Aber der Gouverneur, der ist doch ein ausgezeichneter Mann.« »Der Gouverneur, ein ausgezeichneter Mann?« »Gewiß, nicht wahr?« »Der größte Räuber auf der Welt.« »Wie, der Gouverneur, ein Räuber?« »Sagte Tschitschikow, der unmöglich begreifen konnte, wie der Gouverneur unter die Räuber geraten war.« »Ich muss gestehen, das hätte ich nicht gedacht«, fuhr er fort. »Aber erlauben Sie mir die Bemerkung, seine Handlungen sind gar nicht so. Im Gegenteil, es steckt in ihm sogar viel milde.« Zum Beweis führte er sogar die Geldbörsen an, die der Gouverneur eigenhändig zu sticken pflegte und äußerte sich lobend über den freundlichen Ausdruck seines Gesichts. »Und auch das Gesicht ist ein echtes Räubergesicht«, sagte Sopakiewitsch. »Geben Sie ihm ein Messer und lassen Sie ihn auf die Landstraße hinaus, und er wird dem ersten Besten den Kopf abschneiden, wegen einer einzigen Kopeke. Er und der Vize-Gouverneur sind Gok und Magok.« »Nein, er scheint mit ihnen nicht gut zu stehen«, dachte sich Tschitschikow, »ich will mal versuchen, vom Polizeimeister zu sprechen, der scheint sein Freund zu sein.« Übrigens, was mich betrifft, sagte er, »so muss ich gestehen, dass mir am besten der Polizeimeister gefällt. Welch ein gerader, offener Charakter, welch ein treuherziger Gesichtsausdruck.« »Ein Gauner«, sagte Sopakiewitsch höchst kaltblütig. »Er wird sie verkaufen und verraten und dann noch mit ihnen zum Mittagessen. Es sind lauter Gauner. Die ganze Stadt ist so. Da sitzt ein Gauner auf dem anderen. Es sind lauter Christusverkäufer. Einen einzigen, anständigen Menschen gibt es da, das ist der Staatsanwalt. Aber auch er ist offengestanden, ein Schwein.« Nach diesen lobenden, wenn auch etwas kurzen Charakteristiken sah Tschitschikow ein, dass es sich gar nicht lohnte, die Rede auch auf die anderen Beamten zu bringen, und er erinnerte sich, dass Sopakiewitsch nur ungern über jemand gut sprach. »Nun, Herzchen, gehen wir zu Tisch«, sagte zu Sopakiewitsch seine Gattin. »Ich bitte«, sagte Sopakiewitsch. »Sopakiewitsch.« Sie traten zuerst an den Tisch, auf dem die kleinen Vorspeisen standen, und nahmen, wie es sich gehört, je ein Glas Schnaps zu sich. Sie machten es, wie es das ganze weite Russland in seinen Städten und Dörfern zu machen pflegt. Das heißt, sie nahmen zum Schnaps einige gesalzene und andere appetitanregende Gottesgaben und begaben sich erst dann ins Speisezimmer. Ihnen voranschritt die Hausfrau wie eine majestätische Gans. Der kleine Tisch war für vier Personen gedeckt. Den vierten Platz nahm sehr bald ein weibliches Wesen ein. Es ist schwer zu sagen, ob es eine Dame oder ein Fräulein, eine Verwandte oder eine Haushälterin war, oder ob es einfach aus Gnade im Hause gehalten wurde, kurz, ein Geschöpf etwa dreißig Jahre alt, ohne Haube, mit einem bunten Tuch. Es gibt Personen, die in der Welt nicht als selbstständige Individuen leben, sondern nur als Flecken auf anderen Gegenständen. Sie sitzen immer auf dem gleichen Platz, halten den Kopf gleich, man hält sie leicht für ein Möbelstück und denkt sich, dass sie noch nie im Leben auch nur ein Wort gesprochen haben. Doch im Gesindezimmer oder in der Vorratskammer sind sie gar nicht so schweigsam. »Die Kohlsuppe ist heute ausgezeichnet, Herzchen«, sagte Sopakewitsch, nachdem er von der Suppe versucht und sich dazu ein Riesenstück von der bekannten Njania genommen hatte, die stets zur Kohlsuppe gereicht wird und die bekanntlich aus einem mit Buchweizengrütze, Hirn und Füßchen gefüllten Hammelmagen besteht. »So eine Njania«, fuhr er fort, sich an Tschitschikow wendend, »werden Sie in der Stadt nirgends bekommen, dort setzt man Ihnen weiß der Teufel was vor.« »Beim Gouverneur ist die Küche gar nicht schlecht«, sagte Tschitschikow, »wissen Sie denn auch, woraus dort alles zubereitet wird?« »Wenn Sie es erfahren, werden Sie es nicht essen wollen.« »Ich weiß nicht, wie die Speisen zubereitet werden, darüber habe ich kein Urteil. Doch die Schweinekotelette und die gekochten Fische waren vorzüglich.« »Das ist Ihnen nur so vorgekommen. Ich weiß ja, was die Leute auf dem Markte einkaufen.« »So eine Kanalie von Koch, der bei einem Franzosen in der Lehre war, kauft einen Kater, zieht ihm das Fell ab und trägt ihn als einen Hasen auf.« »Pfui, was für unangenehme Sachen du da erzählst«, sagte Sopakiewitschs Gattin. »Ich kann doch nichts dafür, Herzchen. So wird es bei Ihnen allen gemacht, und es ist nicht meine Schuld. Alle Abfälle, alles, was unsere Akulka, mit Verlaub zu sagen, in den Mülleimer wirft, das tun sie in die Suppe.« »Immer mußt du bei Tisch solche Dinge erzählen«, wandte Frau Sopakiewitsch ein. »Was soll man machen, Herzchen?« sagte Sopakiewitsch. »Wenn ich es noch selbst machte aber. Ich will dir ganz offen sagen, dass ich solchen Dreck nicht essen werde. Und wenn du mir einen Frosch auch verzuckerst, nehme ich ihn doch nicht in den Mund und auch eine Auster nicht. Ich weiß gut, was für einem Ding so eine Auster ähnlich sieht.« »Nehmen Sie sich doch vom Hammel«, fuhr er fort, sich an Tschitschikow wendend. »Das ist eine Hammellende mit Brei.« »Das ist kein Frikassee, wie es in den Herrschaftsküchen aus dem Hammelfleisch gemacht wird, welches vier Tage auf dem Markte herumgelegen hat.« »Das haben alles die deutschen und französischen Doktoren erfunden. Ich würde sie alle aufhängen lassen.« »Die Diät haben sie erfunden.« »Das ist so eine Hungerkur.« »Da sie eine schwache deutsche Natur und dünne Knochen haben, so bilden sie sich ein. Sie könnten auch mit einem russischen Magen fertig werden.« »Nein, das ist nicht das Richtige. Das sind lauter Erfindungen. Das ist...« »Sobakewitsch schüttelte böse den Kopf.« »Sie reden von Aufklärung und wieder von Aufklärung. Diese ganze Aufklärung ist aber ein...« »Ich wüßte schon ein Wort dafür, aber bei Tisch möchte ich es nicht gerne sagen.« »Bei mir ist es anders. Wenn es bei mir Schweinebraten gibt, so kommt das ganze Schwein auf den Tisch. Gibt es Hammelbraten, so bringe man mir den ganzen Hammel. Gibt es Gänsebraten, dann soll es auch eine ganze Gans sein. Lieber esse ich nur zwei Gerichte, dafür aber so viel, wie meine Seele verlangt.« Sopakewitsch bestätigte diese Worte auch sofort durch die Tat. Er nahm die Hälfte der Hammelände auf seinen Teller, verzehrte alles und nagte auch noch jeden Knochen ab. »Ja«, dachte sich Tschitschikow, »der weiß, was gut ist.« »Bei mir ist es nicht so«, sagte Sopakewitsch, indem er sich die Hände mit der Serviette abwischte. »Bei mir ist es nicht so wie bei irgendeinem Pljuschkin, der besitzt achthundert Seelen und lebt und ist dabei schlechter als mein Hirte.« »Wer ist dieser Pljuschkin?« fragte Tschitschikow. »Ein Gauner«, antwortete Sopakewitsch, »so ein Geizhals, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann.« »Die Sträflinge im Zuchthause leben besser als er.« »Alle seine Leute hat er hungers sterben lassen.« »Wirklich«, fiel ihm Tschitschikow mit sichtbarer Teilnahme ins Wort. »Sie sagen, dass bei ihm die Bauern in großen Massen sterben.« »Wie die Fliegen sterben sie?« »Wahrhaftig, wie die Fliegen?« »Gestatten Sie die Frage, wohnt er weit von ihnen?« »Fünf Werst weit.« »Nur fünf Werst«, rief Tschitschikow aus und fühlte sogar leichtes Herz klopfen. »Wenn man aber aus ihrem Tore hinausfährt, so ist es rechts oder links.« »Ich rate Ihnen nicht sogar, den Weg zu diesem Hund zu kennen«, antwortete Sopakewitsch. »Es ist verzeihlicher, irgendeinen unanständigen Ort aufzusuchen als ihn.« »Nein, ich frage nicht aus irgendwelchen, sondern weil ich mich nur für die Lage von Örtlichkeiten jeder Art interessiere«, entgegnete Tschitschikow. Nach der Hammelände kamen Käseküchlein, von denen jedes größer als der Teller war, dann folgte ein Truthahn von der Größe eines Kalbes, mit allerlei guten Dingen gefüllt, mit Reis, Eiern, Lebern und Gott weiß was sonst, was nachher wie ein Stein im Magen lag. Damit war das Mittagessen zu Ende. Als sie sich aber von der Tafel erhoben, fühlte sich Tschitschikow um ein ganzes Put schwerer geworden. Sie gingen ins Gastzimmer hinüber, wo schon ein Tellerchen mit Eingemachtem bereitstand. Es waren weder Birnen noch Pflaumen noch andere Beeren. Übrigens rührte weder der Hausherr noch der Gast die Sachen an. Die Hausfrau ging hinaus, um noch einige Tellerchen zu bringen. Tschitschikow benutzte diese Gelegenheit und wandte sich an Sopakewitsch, der im Sessel liegend nach dem üppigen Mittagessen nur noch ächzte, unartikulierte Laute von sich gab, sich bekreuzigte und jeden Augenblick die Hand vor den Mund hielt. Tschitschikow wandte sich an ihn mit folgenden Worten. »Ich möchte mit Ihnen gern über eine kleine Sache sprechen.« »Hier ist noch ein Gemachtes«, sagte die Hausfrau wieder ins Zimmer tretend, »Rettich in Honig gekocht.« »Wir wollen später davon nehmen«, sagte Sopakewitsch. »Geh jetzt in dein Zimmer. Pawel Iwanowitsch und ich möchten uns jetzt die Frecke ausziehen und ein wenig ruhen.« Die Hausfrau erklärte sich sofort bereit, Federbetten und Kissen holen zu lassen, aber der Hausherr sagte, »Es ist nicht nötig, wir ruhen in den Sesseln aus«, und die Hausfrau ging. Sopakewitsch neigte leise den Kopf, um zu hören, um was für eine »kleine Sache« es sich handle. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Eva K. Abschnitt 10 von »Die toten Seelen« von Nikolaj Vasiljevic Gogol Tschitschikow holte sehr weit aus, berührte zunächst den ganzen russischen Staat, über dessen weite Ausdehnung er sich mit großem Lobe äußerte, und sagte, dass selbst die altrömische Monarchie nicht so groß gewesen sei, dass die Ausländer mit Recht staunen. Sopakewitsch hörte immer mit geneigten Kopfe zu, und dass nach den bestehenden Gesetzen dieses Staates, dem an Ruhm kein anderer gleiche, die leibeigenen Seelen, die ihr irdisches Sein abgeschlossen, in den Revisionslisten wie die Lebenden geführt werden, um die Amtsstellen nicht mit einer Menge kleinlicher und nutzloser Schreibereien zu belasten, und den schon ohnehin komplizierten Staatsmechanismus nicht noch komplizierter zu machen. Sopakewitsch hörte immer mit geneigtem Kopfe zu. Wie gerecht diese Maßregel auch sei, falle sie jedoch manchem Besitzer zur Last, da sie ihn zwinge, für solche Seelen die Steuern genauso wie für die Lebenden zu entrichten. Er aber sei bereit, da er eine persönliche Hochachtung für Sopakewitsch empfinde, diese tatsächlich schwere Verpflichtung zum Teil auf sich zu nehmen. In Bezug auf den Hauptgegenstand äußerte sich Tschitschikow sehr vorsichtig, er sprach von den Seelen nicht als von Gestorbenen, sondern als von Nicht-Existierenden. Sopakewitsch hörte ihm immer mit geneigtem Kopf zu, während sein Gesicht auch nicht den geringsten Ausdruck zeigte. Es schien, dass er in seinem Körper überhaupt keine Seele habe oder dass sie sich nicht dort befinde, wo sie sich zu befinden habe, sondern wie beim unsterblichen Kaschee der russischen Sage irgendwo hinter fernen Bergen wohne und in einer so dicken Schale stecke, dass alles, was sich auf ihrem Grunde bewege, nicht die geringste Erschütterung auf ihrer Oberfläche hervorrufe. »Nun«, sagte Tschitschikow, nicht ohne eine gewisse Aufregung auf die Antwort wartend. »Sie brauchen tote Seelen«, fragte Sopakewitsch sehr einfach, ohne das geringste Erstaunen, als ob die Rede von Getreide wäre. »Ja«, antwortete Tschitschikow und milderte ein wenig den Ausdruck, in dem er hinzufügte, »nicht existierende Seelen.« »Es werden sich schon welche finden, warum auch nicht«, sagte Sopakewitsch. »Und wenn sich welche finden sollten, so wird es ihnen ohne Zweifel angenehm sein, sich ihrer zu entledigen?« »Bittesehr, ich bin bereit, sie zu verkaufen«, sagte Sopakewitsch, indem er den Kopf ein wenig hob. Er ahnte, dass der Käufer irgendeinen Vorteil darin sehen müsste. »Hol's, der Teufel«, dachte sich Tschitschikow, »er will sie schon verkaufen, ehe ich auch nur ein Wort davon sprach.« Dann sagte er laut, »Und wie wäre beispielsweise der Preis, obwohl es so ein Gegenstand ist, dass es sogar sonderbar wäre, vom Preise zu sprechen?« »Um nicht zu viel zu verlangen.« »Hundert Rubel pro Stück«, sagte Sopakewitsch. »Hundert Rubel pro Stück?«, rief Tschitschikow, indem er den Mund aufriß und Sopakewitsch gerade in die Augen blickte. Er wußte nicht, ob er sich verhört, oder ob die schwerfällige Zunge Sopakewitschs aus Versehen ein falsches Wort gebraucht habe. »Ist es Ihnen vielleicht zu teuer?«, versetzte Sopakewitsch. Nach einer Weile fügte er hinzu, »Und was ist Ihr Preis?« »Mein Preis? Wir haben uns wohl geirrt, oder wir verstehen uns nicht recht und haben vergessen, um was für einen Gegenstand es sich hier handelt. Hand aufs Herz, ich meine meinerseits, dass achtzig Kopeken pro Stück der angemessene Preis wäre.« »Was Ihnen nicht einfällt, achtzig Kopeken pro Stück?« »Nun, ich bin der Ansicht, dass man dafür nicht mehr bieten kann.« »Ich verkaufe doch keine Bastschuhe.« »Sie werden aber zugeben müssen, dass es auch keine Menschen sind.« »Sie glauben also wirklich, dass Sie einen Dummkopf finden, der Ihnen eine in den Listen geführte, leibeigene Seele für zwanzig Kopeken verkauft?« »Aber gestatten Sie einmal, warum nennen Sie sie in den Listen geführte Seelen?« »Die Seelen selbst sind doch schon längst tot und es ist von Ihnen nur ein für die Sinne kaum faßbarer Schall geblieben.« »Um nicht viel zu reden, ich bin übrigens bereit, Ihnen anderthalb Rubel pro Stück zu geben. Mehr kann ich nicht.« »Sie sollten sich schämen.« »Eine solche Summe zu nennen, schlagen Sie doch einen vernünftigen Preis vor.« »Ich kann nicht, Michaila Semyonowitsch.« »Glauben Sie mir, ich kann wirklich nicht.« »Was nicht geht, das geht eben nicht«, sagte Tschitschikow, erhöhte aber den Preis gleich um einen halben Rubel. »Was geizen Sie so?« »Sagte Sopakiewitsch.« »Es ist doch, weiß Gott, nicht teuer.« »Irgendein Gauner wird Sie betrügen und Ihnen statt Seelen einen Pfund verkaufen.« »Bei mir ist es aber lauter gewählte Ware.« »Entweder Handwerker oder sonst tüchtige Kerle.« »Nehmen Sie zum Beispiel den Wagenbauer Michailjew.« »Der baute nur Wagen auf Federn.« »Und das war keine Moskauer Arbeit, die nur eine Stunde hält.« »Seine Arbeit war dauerhaft.« »Auch polsterte und lackierte er die Wagen selbst.« »Tschitschikow machte den Mund auf, um einzuwenden, dass dieser Michailjew schon lange nicht mehr auf der Welt sei.« »Sopakiewitsch war aber schon im Zug und so gesprächig geworden, wie man es ihm gar nicht zugetraut hätte.« »Und, Stepan Proopka, der Zimmermann.« »Ich setze meinen Kopf ein, dass Sie so einen Mann nicht mehr finden.« »Was der für eine Kraft hatte, wenn er in der Garde diente.« »Was bekäme er nicht alles? Er war doch über drei Arschin groß.« »Tschitschikow wollte wiederum einwenden, dass auch Proopka nicht mehr auf der Welt sei.« »Aber Sopakiewitsch hatte wohl eine Art Durchfall bekommen.« »Ihm entströmte ein so unaufhaltsamer Redefluß, dass man nur zuhören konnte.« »Und dann der Ziegelbrenner Miluschkin.« »Der konnte in jedem Hause einen Ofen aufstellen.« »Maxim Tilyatnikow, der Schuster, wenn der bloß mit der Aale hinstach, so war gleich ein paar Stiefel fertig.« »Stiefel, für die man sich bedanken mußte.« »Und dabei nahm er keinen Tropfen Schnaps in den Mund.« »Und erst Jeremiei Sarakapluchin. Dieser Bauer allein war so viel wert wie alle anderen. Er trieb in Moskau Handel und brachte mir fünfhundert Rubel jährlich an Zins allein ein. Ja, das waren lauter solche Leute. Das ist doch was ganz anderes, als was ihnen so ein Pluschkin verkaufen wird.« »Aber gestatten Sie«, sagte endlich Tschitschikow, erstaunt über diese Redeüberschwemmung, die gar kein Ende zu nehmen schien. »Warum zählen sie alle ihre Vorzüge auf?« »Jetzt haben alle diese Leute nicht den geringsten Wert. Sie sind ja alle tot. Mit einem Toten kann man höchstens einen Zaun stützen, wie es im Sprichworte heißt.« »Ja, gewiß. Sie sind tot«, sagte Sopakiewicz, als hätte er erst jetzt eingesehen, dass alle diese Leute in der Tat tot waren. Dann fuhr er fort. »Übrigens, was taugen die Leute, die heute als Lebende gelten? Es sind Fliegen und keine Menschen.« »Aber diese existieren immerhin und die anderen sind nur ein Wahn.« »Nein, durchaus kein Wahn. Ich will Ihnen nur das eine sagen. So einen Menschen wie den Michaev finden Sie jetzt nicht wieder. Er war so ein Mordskerl, dass er in diesem Zimmer kaum Platz hätte.« »Nein, das ist kein Wahn.« »In den Schultern hatte er aber eine Kraft, wie sie ein untersetztes Pferd von Vjadka hat.« »Ich möchte wissen, wo Sie noch einen solchen Wahn finden.« Die letzten Worte sprach er, sich an die Bildnisse Bagration und Kolokatronis wendend, wie es meistens bei Gesprächen vorkommt, wenn einer der Sprechenden sich nicht an die Person, an die seine Worte gerichtet sind, wendet, sondern an einen Dritten, der zufällig ins Zimmer gekommen ist. Selbst an einen Unbekannten. Man weiß zwar, dass man von diesem Dritten weder eine Antwort noch seine Ansicht noch eine Bestätigung zu hören bekommt, aber man richtet auf ihn dennoch seinen Blick, als riefe man ihn zu einem Schiedsrichter an. Der Unbekannte, der im ersten Augenblick ein wenig verlegen wird, weiß gar nicht, ob er sich zu der Sache, von der er noch nichts gehört hat, äußern oder lieber des Anstandes wegen eine Weile schweigend dastehen und dann erst fortgehen soll. »Nein, mehr als zwei Rubel kann ich nicht geben«, sagte Tschitschikow. »Gut, damit Sie mir nicht vorwerfen, dass ich zu viel verlange und Ihnen nicht entgegenkomme, will ich Ihnen die Seelen zu fünfundsiebzig Rubel das Stück lassen, doch nur in Banknoten und das auch nur aus Freundschaft.« »Hält er mich für einen Narren?«, dachte sich Tschitschikow. »Dann sagte er laut, es kommt mir wirklich sonderbar vor. Es ist, als ob wir Theater oder irgendeine Komödie spielten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Sie scheinen ein recht kluger Mann zu sein und über Wissen und Bildung zu verfügen. Der Gegenstand ist doch nichts. Was ist er wert? Wer braucht ihn noch?« »Sie wollen ihn doch kaufen. Folglich brauchen Sie ihn.« Tschitschikow biß sich hier in die Unterlippe und wußte im Moment nicht, was darauf zu antworten. Er fing an, etwas von Familienangelegenheiten zu reden, doch Sopakiewitsch unterbrach ihn einfach. »Ich will von Ihren Verhältnissen nichts wissen. In Familienangelegenheiten mische ich mich nicht ein. Das ist Ihre Sache. Sie brauchen Seelen, und ich will Ihnen welche verkaufen. Sie werden es auch bereuen, dass Sie sie nicht bei mir gekauft haben.« »Zwei Rubelchen«, sagte Tschitschikow. »Ach Gott, Sie haben sich das eine in den Kopf gesetzt. Sie haben sich auf die zwei Rubel versteift und wollen nicht herunter. Bieten Sie mir doch einen anständigen Preis.« »Hol ihn der Teufel«, dachte sich Tschitschikow. »Einen halben Rubel will ich dem Hund noch hinwerfen.« »Schön, ich will noch einen halben Rubel dazugeben.« »Gut, jetzt will ich Ihnen auch mein letztes Wort sagen.« »Fünfzig Rubel, ich verkaufe Sie mit Schaden. Billiger werden Sie so tüchtige Leute nirgends finden.« »Dieser Filz«, sagte sich Tschitschikow. Dann fuhr er etwas geärgert fort. »Was ist das in der Tat? Als ob es eine ernste Sache wäre. Anderswo bekomme ich sie umsonst. Ein jeder wird sie mir mit Freuden abgeben, um sie los zu sein. Höchstens ein Narr wird sie noch länger behalten wollen und Steuern für sie zahlen.« »Aber wissen Sie auch, dass Käufe dieser Art, das sage ich ganz unter uns in aller Freundschaft, nicht immer erlaubt sind? Und wenn ich oder ein anderer es wiedererzählen wollte, so würden sie bei Abschluß von Verträgen oder irgendwelchen lohnenden Vereinbarungen nicht das geringste Vertrauen finden.« »Da will er also hinaus, der Schuft«, dachte sich Tschitschikow und fügte gleich höchst kaltblütig hinzu. »Ganz wie Sie wollen. Ich kaufe sie nicht, weil ich sie brauche, wie sie sich einbilden, sondern nur so aus Gesinnung. Wenn Sie zwei Rubel Fünfzig nicht nehmen wollen, so leben Sie wohl.« »Den bringe ich nicht aus dem Konzept, er gibt nicht nach«, dachte sich Sopakiewicz. »Nun, Gott, mit Ihnen geben Sie mir dreißig Rubel pro Stück und nehmen Sie die Seelen.« »Nein, ich sehe, Sie wollen sie nicht verkaufen. Leben Sie wohl.« »Aber erlauben Sie einmal«, sagte Sabakiewicz, ohne seine Hand loszulassen und ihm auf den Fuß tretend. Unser Held hatte sich nämlich nicht in Acht genommen und mußte jetzt zur Strafe dafür aufzischen und auf einem Fuße hüpfen. »Ich bitte um Verzeihung. Ich bin Ihnen, glaube ich, zu nahe getreten. Bitte setzen Sie sich her. Ich bitte darum.« Mit diesen Worten nötigte er ihn in einen Sessel, mit der Gewandtheit eines Bären, der schon in Dressur war und sich zu wenden und einige Kunststücke zu machen weiß, wenn man ihn auffordert. »Mischa, zeig mal, wie sich die Weiber im Dampfbade abreiben.« Oder »Mischa, zeig mal, wie die Kinder Erbsen stehlen.« »Wirklich, ich verliere nur meine Zeit. Ich habe Eile.« »Bleiben Sie doch noch eine Minute. Ich will Ihnen gleich ein Ihnen angenehmes Wort sagen.« Sopakiewicz setzte sich näher zu ihm heran und raunte ihm ins Ohr wie ein Geheimnis. »Wollen Sie ein Viertel?« »Das heißt 25 Rubel?« »Keine Rede.« »Keine Rede.« »Keine Rede.« »Keine Kopeke mehr.« »Sopakiewicz verstummte.« »Auch Tschitschikow schwieg.« »An die zwei Minuten währte das Schweigen.« Bagration mit seiner Adlernase verfolgte von der Wand herab die Unterhaltungen mit der größten Aufmerksamkeit.« »Was wäre also Ihr äußerster Preis?« »Fragte endlich Sopakiewicz.« »Zwei Rubel, Fünfzig.« »Die Menschenseele scheint Ihnen wirklich so viel wert zu sein wie eine gebrühte Rübe.« »Geben Sie doch wenigstens drei Rubel.« »Ich kann nicht.« »Nun, es ist mit Ihnen wohl nichts zu machen.« »Ich verkaufe mit Schaden, aber ich habe schon mal so einen Hundekarakter.« »Ich kann meinem Nächsten unmöglich ein Vergnügen versagen.« »Ich glaube, wir müssen auch einen Kaufvertrag abschließen, damit alles in Ordnung ist.« »Selbstverständlich.« »Nun sehen Sie es, also werde ich in die Stadt fahren müssen.« So wurde das Geschäft abgeschlossen. Sie vereinbarten, sich am nächsten Tage in der Stadt zu treffen, um den Kaufvertrag perfekt zu machen. »Chichikow bat um eine kleine Liste der Bauern.« »Sopakiewicz ging gerne darauf ein, begab sich sofort zum Sekretär und stellte eigenhändig die Liste auf, die nicht nur die Namen, sondern auch die lobenswerten Eigenschaften eines jeden Bauern enthielt.« »Chichikow begann indessen, da er nichts anderes zu tun hatte, das mächtige Gestell Sopakiewiczs zu studieren.« »Als er seinen Rücken, der so breit wie bei einem Pferde war, und seine Beine, die an die gußeisernen Pfosten erinnerten, wie man sie, längs der Bürgersteige aufzustellen pflegt, sah, mußte er sich sagen, »Wie hat dich doch der liebe Gott ausgerüstet. Bist zwar nicht schön zugeschnitten, aber dauerhaft genäht.« »Bist du schon als Bär zur Welt gekommen, oder haben dich das Provinzleben, die Landwirtschaft, die Plackereien mit den Bauern zu einem Bären gemacht, so daß du solch ein Wucherer geworden bist?« »Aber nein, ich glaube, du wärest der Gleiche, auch wenn man dich nach der Mode erzogen und dir zu einer Karriere verholfen hätte, auch wenn du in Petersburg und nicht in der Provinz lebtest.« »Der ganze Unterschied besteht darin, daß du jetzt eine halbe Hammelände mit Brei und dazu einen Käsekuchen von Tellergröße verzehrst, während du dort irgendwelche Kotelette mit Trüffeln gegessen hättest.« »Jetzt hast du die Bauern in deiner Gewalt. Du lebst mit ihnen in Eintracht und tust ihnen nichts zu leide, weil sie dein sind und weil es dein Schaden wäre, sie schlecht zu behandeln.« »Dort hättest du aber Beamte unter dir, und die würdest du viel schlechter behandeln, weil sie nicht deine Leibeignen sind, oder du würdest auch den Staat bestehlen.« »Nein, wenn einer schon so eine Faust hat, so kann er seine Finger nicht mehr gerade bringen. Und wenn du auch einen oder zwei Finger gerade biegst, so wird es noch schlimmer.« »Dann kostest du ein wenig von irgendeiner Wissenschaft, und wenn du nachher einen angeseheneren Posten bekommst, so wirst du allen, die die Wissenschaft wirklich verstehen, das Leben sauer machen.« »Vielleicht wirst du hinterher noch sagen, ich will mal zeigen, was ich kann, und du erfindest irgendeine weise Verordnung, dass es vielen recht bitter zumute wird.« »Ach, wenn doch alle diese Wucherer!« »Die Liste ist fertig«, sagte Sopakiewitsch, sich nach ihm umwendend. »Fertig? Bitte geben sie her.« Er überflog sie und wunderte sich über die Genauigkeit und Akkuratesse. Bei jedem Bauern waren nicht nur sein Handwerk, Stand, Alter und Familienverhältnisse angegeben, sondern am Rande standen noch einige Bemerkungen über das Betragen, die Nüchternheit mit einem Worte, es war ein Vergnügen, die Liste zu sehen. »Nun bitte ich um eine kleine Anzahlung«, sagte Sopakiewitsch. »Was brauchen Sie eine Anzahlung? Sie bekommen doch das ganze Geld auf einmal in der Stadt.« »Ja, Sie wissen doch, es ist mal Sitte«, entgegnete Sopakiewitsch. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen die Anzahlung machen soll, ich habe kein Geld bei mir, nur zehn Rubel habe ich da.« »Ach, was sind zehn Rubel? Geben Sie mir wenigstens fünfzig.« Tschitschikow versuchte zu behaupten, dass er so viel Geld nicht bei sich habe. Sopakiewitsch erklärte aber so positiv, dass er doch welches bei sich haben müsse, dass jener noch eine Banknote aus der Tasche zog und sagte, »Gut, hier haben Sie noch fünfzehn, im Ganzen sind es also fünfundzwanzig.« »Ich möchte Sie aber um eine Quittung bitten.« »Was brauchen Sie eine Quittung?« »Wissen Sie, eine Quittung ist doch sicherer.« »Für jeden Fall. Es kann doch allerhand passieren.« »Gut, dann geben Sie erst das Geld her.« »Warum denn das Geld? Ich halte es ja in der Hand. Sobald Sie die Quittung geschrieben haben, werden Sie es gleich bekommen.« »Aber wie soll ich die Quittung schreiben?« »Ich muss doch zuerst das Geld sehen.« Tschitschikow gab die Banknoten Sopakiewitsch, der an den Tisch ging, das Geld mit der linken Hand bedeckte und zugleich mit der rechten auf einen Papierfetzen schrieb, dass er eine Anzahlung von fünfundzwanzig Rubel in Banknoten für die verkauften Sälen erhalten habe. Nachdem er dieses geschrieben hatte, sah er sich die Banknoten noch einmal an. »Das eine Papierchen ist etwas alt,« sagte er, es gegen das Licht haltend, »und ein wenig zerrissen, aber unter Freunden sieht man nicht drauf.« »Ein Wuchara, ein Wuchara,« dachte sich Tschitschikow, »und auch noch eine Bestie dazu.« »Wollen Sie nicht auch einige weibliche Seelen haben?« »Nein, ich danke. Die könnte ich Ihnen billig lassen, aus Freundschaft zu einem Rubel das Stück.« »Nein, Weiber brauche ich nicht.« »Nun, wenn Sie keine brauchen, so lohnt es sich nicht, darüber zu reden. Über den Geschmack lässt sich nicht streiten, der eine liebt den Popen und der andere die Popenfrau, wie es im Sprichwort heißt.« »Ich möchte Sie noch bitten, dass dieses Geschäft ganz unter uns bleibt,« sagte Tschitschikow beim Abschied. »Das versteht sich doch von selbst.« »Ein Dritter braucht davon nichts zu wissen, was unter zwei intimen Freunden in aller Aufrichtigkeit abgemacht ist.« »Das muss im Bereiche Ihrer gegenseitigen Freundschaft bleiben.« »Leben Sie wohl, ich danke Ihnen für den Besuch. Vergessen Sie uns bitte auch in Zukunft nicht. Wenn Sie mal eine freie Stunde haben, so kommen Sie zu uns, wir essen zu Mittag und verbringen die Zeit zusammen. »Vielleicht bietet sich wieder einmal eine Gelegenheit einander, einen Dienst zu erweisen.« »Ja, Schnecken«, sagte sich Tschitschikow, indem er in den Wagen stieg. »Zwei Rubel fünfzig hat er mir für eine tote Seele abgeknöpft, der Halsabschneider.« Er war über Sopakiewitschs Benehmen äußerst unzufrieden. Sopakiewitsch war doch immerhin sein Bekannter. Er war mit ihm beim Gouverneur und beim Polizeimeister zusammengekommen, hatte sich aber jetzt wie ein ganz Fremder benommen, ließ sich für einen solchen Dreck Geld zahlen. Als der Wagen schon den Hof verlassen hatte, sah sich Tschitschikow noch einmal um. Sopakiewitsch stand noch immer vor dem Hause und spähte aus, wohin sein Gast jetzt wohl fahren würde. »Er steht noch immer da, der Schuft«, sagte Tschitschikow durch die Zähne und befahl Selifan, den Wagen zu den Bauernhäusern zu wenden, sodass man ihn vom Herrenhause aus nicht mehr sehen könne. Er wollte nämlich zu Pluschkin fahren, bei dem, nach Sopakiewitschs Worten, »die Leute wie die Fliegen« starben. Er wollte aber nicht, dass Sopakiewitsch es wisse. Als der Wagen schon das Ende des Dorfes erreicht hatte, rief er den ersten besten Bauer zu sich heran, welcher gerade einen dicken Balken von der Straße aufgehoben hatte und gleich einer unermüdlichen Ameise zu sich ins Haus schleppte. »He, du Bart, wie kommt man von hier zu Pluschkin, ohne am Herrenhause vorbeizumüssen?« Die Frage machte dem Bauer anscheinend einige Schwierigkeiten. »Nun weißt du es nicht?« »Nein, Herr, ich weiß es nicht.« »Ach, du, und dabei hast du schon graue Haare. Kennst du denn den Geizhals Pluschkin nicht, der seinen Leuten nichts zu essen gibt?« »Ach, so, den Geflickten, den Geflickten«, rief der Bauer aus. Dem Worte Geflickter ließ er noch ein Substantivum folgen, das zwar äußerst gelungen war, aber in anständiger Sprache nicht gebraucht wird. Darum wollen wir es hier nicht wiedergeben. Der Ausdruck war wohl übrigens ungemein treffend, weil Tchitschikow auch schon, als er eine ganze Strecke weitergefahren war und den Bauer längst hinter sich gelassen hatte, noch immer in seinem Wagen sitzend, grinste. Das russische Volk hat eben solche kräftige Ausdrücke. Und wenn es einem ein solches Wörtchen angehängt hat, so geht es dann von Geschlecht zu Geschlecht, folgt ihm in den Staatsdienst nach Petersburg bis ans Ende der Welt und bleibt ihm auch dann, wenn er schon seinen Dienst quittiert hat. Man mag dann klügeln, so viel man will, um den Spitznamen zu veredeln. Man mag sogar einen Federfuchser gegen Bezahlung veranlassen, den Namen von einem altfürstlichen Geschlecht abzuleiten. Es nutzt alles nichts. Der Spitzname krächzt ganz von selbst aus seiner Rabenkehle und bezeugt unzweideutig, woher der Vogel stammt. Was einmal treffend ausgesprochen ist, das kann, ebenso wie was schwarz auf weiß geschrieben steht, auch nicht mit einer Axt ausgelöscht werden. Wie treffend ist aber alles, was aus den tiefsten Gründen Russlands stammt, wo es weder deutsche noch finnische noch irgendwelche andere Volksstämme gibt, wo lauter urwüchsiges Volk mit seinem lebendigen, schlagfertigen russischen Verstand lebt, dass das treffende Wort immer fertig zur Hand hat, dass solch ein Wort nicht erst ausbrüten muss wie die Glucke ihre Küken und es einem wie einen Pass fürs ganze Leben mitgibt. Dann braucht man nicht noch eigens zu erwähnen, was für eine Nase und was für Lippen der Mensch hat. Mit einem Worte ist er ganz vom Kopfe bis zu den Füßen gekennzeichnet. Wie viel Kirchen, Klöster mit Kuppeln und Türmen und Kreuzen über das ganze fromme Russland verstreut sind, so viel Völker, Stämme und Geschlechter bewegen sich auf dem Antlitze der Erde. Und jedes Volk, das in sich das Pfand der Kraft trägt und von schöpferischen Eigentümlichkeiten seiner Seele, seiner grellen Eigenart und anderen Gottesgaben erfüllt ist, zeichnet sich auch durch seinen eigenen Wortschatz aus. Wenn es einen Gegenstand mit einem Namen bezeichnet, so spiegelt diese Bezeichnung auch einen Teil des Volkscharakters wieder. Herzenskenntnis und Lebensweisheit spricht aus dem Worte des Briten. Leicht und elegant blitzt das kurzlebige Wort des Franzosen auf, das sofort wieder verschwindet. Kompliziert und schwer verständlich ist das superkluge und dürre Wort des Deutschen. Aber es gibt kein Wort, das mit solchem Schwung und Kühn direkt aus dem Herzen käme, das so brodelte und zappelte wie das treffende russische Wort. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Eva K. Abschnitt 11 von Die Toten Seelen von Nikolai Vassilievich Gogol Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, sechstes Kapitel, eins. Früher, vor langer Zeit, in den Jahren meiner Jugend, in den Jahren der unwiederbringlich verflogenen Kindheit, war es mir immer eine Lust, mich zum ersten Mal einem unbekannten Orte zu nähern. Ganz gleich, ob es ein Dörfchen, ein armes Kreisstädtchen, ein Kirchdorf oder ein Flecken war, mein neugieriger, kindlicher Blick entdeckte da immer viel Interessantes. Jedes Gebäude, alles, was nur den Stempel von Besonderem trug, fesselte und erstaunte mich. Ein steinernes Regierungsgebäude von der bekannten Architektur mit den vielen falschen Fenstern, das einsam inmitten eines Haufens aus Balken gezimmerter, einstöckiger Bürgerhäuschen ragte. Eine regelmäßige, ganz mit Weißblech gedeckte Kuppel über einer schneeweißen Kirche. Ein Markt oder ein Provinz-Dandy, der im Städtchen auftauchte, nichts entging der frischen, scharfen Aufmerksamkeit. Die Nase aus dem Reisewagen herausgestreckt, betrachtete ich den mir noch unbekannten Schnitt irgendeines Rockes, die hölzernen Kisten mit Nägeln, mit Schwefel, der aus der Ferne gelb leuchtete, mit Rosinen und Seife, die in den Türen eines Gemüseladens neben den Gläsern mit ausgetrocknetem Moskauer Konfekt prangten. Ich betrachtete mit der gleichen Aufmerksamkeit den vorbeigehenden Infanterieoffizier, der Gott weiß, aus welchem Gouvernement in diese langweilige Provinz verschlagen war, und den Kaufmann in langem Überrock, der in einer leichten Droschke an mir vorüberflog, und ich folgte ihnen mit meinen Gedanken in ihr elendes Dasein. Ging ein Kreisbeamter an mir vorbei, so fragte ich mich gleich, wohin er wohl gehen möge, ob zu einer Abendunterhaltung bei einem seiner Kollegen oder direkt zu sich nach Hause um erst ein halbes Stündchen, solange die Abenddämmerung noch nicht angebrochen ist, draußen vor der Haustüre zu sitzen und sich dann mit seiner Mutter, seiner Frau und der Schwester dieser Frau ans frühe Abendessen zu setzen und worüber sie wohl sprechen werden, wenn das Leibeigene Mädel mit den Perlen gehängen oder ein Junge in dicker Joppe nach der Suppe ein Talglicht in dem alten Hausleuchter hereinbringt. Wenn ich mich dem Dorfe irgendeines Gutsbesitzers näherte, betrachtete ich neugierig den hohen, schmalen, hölzernen Glockenturm oder die breite, dunkle, alte, hölzerne Kirche. Einladend schimmerten durch das Laub der Bäume das rote Dach und die weißen Schornsteine des Herrenhauses, und ich wartete mit Ungeduld, dass die es verdeckenden Gärten zu beiden Seiten zurücktreten und das Haus mit seiner damals durchaus nicht banalen Fassade, heute sind die Fassaden leider nicht mehr so, zum Vorschein käme, und ich suchte zu erraten, was für ein Mensch der Gutsbesitzer und ob er dick sei, ob er Söhne oder ganze sechs Töchter mit hellem Mädchenlachen und ewigen Spielen habe, von denen die Jüngste immer wunderhübsch ist, ob sie schwarze Augen haben und ob er selbst ein lustiger Patron sei oder immer düster wie die letzten Septembertage in den Kalender schaue und über Korn und Weizen spreche, was für die Jugend so langweilig ist. Heute nähere ich mich gleichgültig jedem unbekannten Dorfe und betrachte gleichgültig sein abgeschmacktes Äußere. Mein abgekühlter Blick fühlt sich ungemütlich, nichts bringt mich zum Lachen. Was in vergangenen Jahren eine lebhafte Bewegung in meinem Gesichte geweckt, was mich zum Lachen oder Reden gereizt hatte, gleitet jetzt an mir wirkungslos vorüber und meine unbeweglichen Lippen bewahren ein teilnahmsloses Schweigen. O meine Jugend! O meine einstige Frische! Während Tchitschikow über den Spitznamen, den die Bauern Pluschkin verliehen hatten, nachdachte und innerlich lachte, merkte er gar nicht, wie er mitten in ein ausgedehntes Kirchdorf mit einer Menge Bauernhäuser und Straßen geraten war. Bald wurde er jedoch darauf durch ein ordentliches Rütteln aufmerksam gemacht, das vom Knüppelpflaster her rührte und gegen welches das städtische Pflaster gar nichts ist. Die Balken hoben und senkten sich wie die Klaviertasten, und der unachtsame Reisende bekam entweder eine Beule im Nacken oder einen blauen Fleck auf der Stirne, oder es kam auch vor, daß er sich mit den eigenen Zähnen sehr schmerzhaft in die Spitze seiner eigenen Zunge biß. Tchitschikow nahm an fast allen Gebäuden des Dorfes eine eigentümliche Morschheit wahr. Die Balken der Wände waren dunkel und alt, viele Dächer waren durchscheinend wie Siebe, von vielen war außer dem Firstbalken oben, und Rippenstangen an den Seiten überhaupt nichts übrig geblieben. Es sah so aus, als hätten die Bewohner selbst die Bretter und Schindeln heruntergeholt, in der natürlich durchaus richtigen Erwägung, daß man bei Regenwetter die Häuser nicht deckt, daß sie bei trockenem Wetter auch so keinen Tropfen durchlassen, und daß man sich mit seinem Weibe nicht unbedingt zu Hause vergnügen muß, wo es doch genügend Platz wie in der Schenke so auch an der Landstraße kurz überall gibt. Die Fenster waren sämtlich ohne Scheiben, einige waren nur mit Gras oder Kleidungsstücken verstopft, die von Brüstungen umgebenen kleinen Altane unter den Dächern, die Gott weiß, zu welchem Zweck an vielen russischen Bauernhäusern angebracht werden, waren schief und dunkel geworden und wirkten nicht einmal malerisch. Hinter den Häusern erhoben sich reihenweise riesengroße Getreideschober, die anscheinend schon lange dastanden, ihre Farbe erinnerte an alte, schlecht gebrannte Ziegelsteine, oben wuchs auf ihnen allerlei Unkraut und an der Seite sogar hie und da ein Strauch. Das Getreide gehörte offenbar dem Gutsbesitzer. Zwischen den Getreideschobern und den morschen Dächern ragten bald rechts und bald links, je nach den Wendungen, die der Wagen machte, zwei Dorfkirchen dicht nebeneinander in die heitere Luft, die eine aus Holz und nicht mehr benutzt, die andere aus Stein, mit gelben Mauern voller Flecken und Risse. Hier und da blickte das Herrenhaus durch, das schließlich ganz sichtbar wurde an der Stelle, wo die Häuserei aufhörte und statt ihrer ein leeres, von einem niederen stellenweise zerbrochenen Zaune eingefasstes Gemüse- oder Kohlfeld kam. Dieses seltsame, ganz ungewöhnlich lange Palais sah wie ein altersschwacher Invalide aus. Stellenweise hatte es nur ein Geschoß und stellenweise zwei. Auf dem dunklen Dache, das dem Alter nicht überall sicheren Schutz bot, ragten einander gegenüber zwei Aussichtstürme, beide schief und der Farbe, mit der sie einst bedeckt gewesen, beraubt. Die Mauern zeigten hier und da das hölzerne Gitterwerk, von dem der Mörtel abgefallen war und schienen nicht wenig von Regenstürmen und herbstlichen Wetterstürzen gelitten zu haben. Von den Fenstern standen nur zwei offen, die übrigen waren mit Läden verschlossen und zum Teil sogar mit Brettern vernagelt. Auch die beiden erwähnten Fenster waren ihrerseits halb blind und auf dem einen prangte ein aufgeklebtes Dreieck aus blauem Zuckerpapier. Nur der ausgedehnte alte Garten hinter dem Hause, der sich über das Dorf hinaus erstreckte und schließlich in den Feldern verlor, verwildert und vernachlässigt, schien allein dieses große Dorf zu beleben und bot in seiner malerischen Verwilderung den einzigen schönen Anblick. In grünen Wolken und unregelmäßigen, aus zitterndem Laube bestehenden Kuppeln hoben sich die ineinandergewachsenen Wipfel der in Freiheit verwilderten Bäume vom Himmel ab. Der weiße, kolossale Stamm einer Birke, die von einem Sturm oder Gewitter ihres Wipfels beraubt worden war, ragte aus diesem grünen Dickicht empor und rundete sich in der Luft wie eine glänzende, regelmäßige Marmorsäule. Die schiefe, spitze Bruchstelle, die sie oben statt eines Kapitals bekrönte, saß auf dem blendenden Weiß wie eine Mütze oder wie ein schwarzer Vogel. Der Hopfen, der unten die Holunder, Ebereschen und Haselnußstauden erstickte und dann längs des Zaunes kletterte, lief den Birkenstamm hinauf und umrangte ihn bis zur Mitte. Nachdem er die Mitte erreicht hatte, fiel er von da ab und klammerte sich zum Teil an die Wipfel anderer Bäume fest oder hing zum Teil in feinen, zähen Ranken, die in der Luft leise bebten, herab. Das von der Sonne beschienene grüne Dickicht öffnete stellenweise einen Ausblick in die unbeleuchtete Tiefe, die wie ein dunkler Rachen gähnte, sie war ganz vom Schatten umschlungen, und in der schwarzen Tiefe schimmerten kaum sichtbar ein schmaler Fußpfad, ein eingestürztes Geländer, eine baufällige Laube, ein hohler, morscher Weidenstamm, graues Akaziengebüsch, das hinter der Weide seine in der furchtbaren Enge verdorrten, durcheinandergeflochtenen und gekreuzten Blätter und Äste hervorstreckte, und schließlich ein junger Ahornast, dessen tatzenförmige Blätter seitwärts hervorlugten und von denen das eine, von der Gott weiß wie so hineingeratenen Sonne durchdrungen, durchsichtig und feurig in diesem dichten Dunkel glühte. Etwas seitwärts am Rande des Gartens trugen einige hohe, alle anderen Bäume überragende Espen auf ihren zitternden Wipfeln riesige Krähennester. Einige von ihnen ließen abgebrochene, doch noch nicht ganz losgelöste Äste mit den verdorrten Blättern herabhängen. Mit einem Worte, alles war so schön, wie es sonst weder die Natur noch die Kunst zu erfinden vermögen, und wie es nur dann der Fall ist, wenn sie sich miteinander verbünden, wenn die Natur über das oft sinnlos aufgetürmte Menschenwerk mit seinem Meißel nachgefahren ist, die schweren Massen leichter gemacht, die rohe Symmetrie und die dürftigen Lücken vernichtet hat, durch die der unverhüllte nackte Plan hervorlugt, und allem, was in der Kühle abgemessener Genauigkeit und Reinlichkeit entstanden ist, eine wunderbare Wärme verliehen hat. Nach einer oder zwei Wendungen kam unser Held dicht vor das Haus, das jetzt einen noch traurigeren Eindruck machte. Das morsche Holz des Tores und Zaunes war schon vom grünen Schimmel überzogen. Eine ganze Menge sichtlich zerfallender Baulichkeiten, gesinnte Gebäude, Scheunen und Schuppen, füllte den Hof. Alles zeugte davon, dass hier einst eine große Wirtschaft betrieben worden war, und alles blickte jetzt düster drein. Nichts belebte das Bild, weder sich auftuhende Türen, noch aus den Häusern tretende Menschen, noch irgendwelche lebendige Hausarbeit. Nur das Haupttor allein stand offen, und auch das nur aus dem Grunde, weil eben ein Bauer mit vollbeladenem, mit Bastmatten zugedecktem Wagen wie eigens zur Belebung dieser ausgestorbenen Städte hereingefahren war. Zu anderer Zeit war wohl auch dieses Tor fest verschlossen, denn in der eisernen Klammer hing ein riesengroßes Vorhängeschloss. Vor einem der Gebäude bemerkte Tchitschikow eine Gestalt, die mit dem Bauern, der eben mit seinem Wagen gekommen war, sofort Streit anfing. Lange konnte er das Geschlecht dieser Gestalt nicht erkennen, ob es ein Mann oder ein Weib war. Die Kleidung, die sie anhatte, war höchst unbestimmt und glich am ehesten einem Frauenmorgenrock. Auf dem Kopfe hatte sie eine spitze Haube, wie sie die leibeigenen Bauernweiber zu tragen pflegen. Nur die Stimme kam ihm für ein Frauenzimmer etwas zu rauh vor. »Weiß Gott, ein Weibsbild«, sagte er sich, fügte aber gleich hinzu. »Weiß Gott, doch kein Weibsbild.« »Natürlich ein Weibsbild«, sagte er endlich, nachdem er die Gestalt genauer betrachtet hatte. Auch die Gestalt musterte ihn ihrerseits ebenso aufmerksam. Der Gast erschien ihr wohl wie ein Wunder, denn sie musterte nicht nur ihn, sondern auch Silifan und die Pferde vom Schwanze bis zur Schnauze. Nach dem Schlüsselbund, den sie am Gürtel hängen hatte, und den kräftigen Schimpfworten, mit denen sie den Bauern traktierte, schloß Tschitschikow, dass es die Wirtschafterin sein müsse. »Hör mal, Mütterchen«, sagte er aus dem Wagen steigend, »ist der Herr?« »Er ist nicht zu Hause«, unterbrach ihn die Wirtschafterin, ohne das Ende der Frage abzuwarten. Nach einer Weile fügte sie hinzu, »Was wollen Sie denn?« »Es ist eine geschäftliche Angelegenheit.« »Dann treten Sie bitte ins Haus«, sagte die Wirtschafterin. Sie wandte ihm ihren Rücken zu, der mit Mehl beschmiert war und etwas tiefer ein recht großes Loch hatte. Tschitschikow trat in den großen dunklen Flur, aus dem es ihn kalt wie aus einem Keller anwehte. Aus dem Flur kam er in ein ebenso dunkles Zimmer, das nur aus dem breiten Spalt unten an der Türe sein Licht erhielt. Er öffnete diese Türe und kam in einen hellen Raum. Die hier herrschende Unordnung machte ihn stutzig. Es sah so aus, als ob man im ganzen Hause die Böden scheuerte und sämtliche Möbel zeitweise hier untergebracht hätte. Auf dem einen Tisch stand sogar ein zerbrochener Stuhl und neben diesem eine Uhr, deren Pendelstille stand und an denen eine Spinne bereits ihr Gewebe befestigt hatte. Hier stand auch an die Wand gelehnt ein Schrank mit altertümlichem Silber, Karaffen und chinesischem Porzellan. Auf dem Sekretär, dessen Perlmutter-Mosaik stellenweise herausgefallen war und nur gelbe mit trockenem Leim gefüllte Lücken zurückgelassen hatte, lag allerlei Kram durcheinander. Ein Haufen eng beschriebener Zettel unter einem grün angelaufenen marmornen Briefbeschwerer mit einem kleinen Ei oben. Ein altertümliches Buch in Ledereinband mit Rotschnitt. Eine ganz ausgetrocknete Zitrone, kaum größer als eine Walnuss. Eine abgebrochene Sessellehne, ein mit einem Brief zugedecktes Likörglas mit einer Flüssigkeit, in der drei Fliegen schwammen. Ein Stück Siegellack, ein kleiner, irgendwo aufgelesener Lumpen, zwei mit Tinte beschmierte Schreibfedern, so trocken, wie wenn sie die Schwindsucht hätten, und ein gelber Zahnstocher, mit dem sein Besitzer wohl noch vor der Invasion der Franzosen in Moskau in seinen Zähnen gestochert hatte. An den Wänden hingen ohne jedes System mehrere Bilder eng durcheinander. Ein vergilbter Stich, der irgendeine Schlacht darstellte, mit riesengroßen Trommeln, schreienden Soldaten mit Dreispitzen auf den Köpfen und ertrinkenden Pferden. Der Stich steckte in einem Mahagoni-Rahmen mit schmalen Bronzestreifen und runden Bronzeverzierungen an den vier Ecken, doch ohne Glas. Neben ihm nahm ein riesengroßes, fast schwarzes Ölbild, auf dem Blumenfrüchte eine zerschnittene Melone, ein Wildschweinkopf und eine mit dem Kopf nach unten hängende Ente dargestellt waren die halbe Wand ein. Von der Mitte der Decke hing ein, in einem Leinensack steckender Kronleuchter herab, der so furchtbar verstaubt war, dass er dem Kokon einer Seidenraupe glich. In einem Winkel des Zimmers war ein Haufen von gröberen Gegenständen aufgestapelt, die es wohl nicht verdienten, auf dem Tische zu liegen. Was sich alles in diesem Haufen befand, war schwer zu sagen, denn das Ganze war so dick mit Staub bedeckt, dass jede Hand, die die Sachen berührte, sofort eine Art Handschuh bekam. Am deutlichsten waren darin ein abgebrochenes Stück von einer hölzernen Schaufel und eine alte Stiefelsohle zu unterscheiden. Man würde niemals glauben, dass dieses Zimmer von einem lebenden Wesen bewohnt werde, wenn nicht eine alte abgetragene Mütze, die auf dem Tische lag, davon zeugte. Während Tchitschikow die seltsame Ausstattung des Zimmers studierte, ging eine Seitentüre auf und die gleiche Wirtschafterin, die er schon auf dem Hofe gesehen hatte, trat ins Zimmer. Nun merkte er aber, dass es eher ein Hausverwalter als eine Wirtschafterin war. Eine Wirtschafterin pflegt sich wenigstens nicht, den Bart zu rasieren. Dieser aber rasierte sich den Bart und zwar wohl sehr selten, denn das ganze Kinn und die untere Hälfte der Wange glichen einer Drahtbürste, mit der man die Pferde zu striegeln pflegt. Tchitschikow nahm einen fragenden Ausdruck an und wartete mit Spannung, was der Hausverwalter ihm wohl sagen würde. Der Hausverwalter wartete seinerseits, was ihm Tchitschikow sagen wollte. Diese beiderseitige Verlegenheit machte Tchitschikow stutzig und er entschloß sich zu fragen, wo ist denn der Herr? Zu Hause? Hier ist der Herr, sagte der Hausverwalter. Wo denn? wiederholte Tchitschikow. Sind Sie denn Blindväterchen? sagte der Hausverwalter. Der Herr bin doch ich. Unser Held trat hier unwillkürlich einen Schritt zurück und sah den Mann genauer an. Er hatte schon verschiedene Leute gesehen und selbst solche, die meine Leser und ich wohl nie zu Gesicht bekommen werden, aber etwas derartiges hatte er noch nie gesehen. Das Gesicht bot eigentlich nichts Besonderes. Es war fast so, wie es viele magere Greise haben. Nur das Kinn trat etwas weit vor, dass er es immer mit einem Taschentuch zudecken musste, um es nicht voll zu spucken. Die kleinen Äuglein waren noch nicht erloschen und bewegten sich unter den buschigen Augenbrauen wie die Mäuse, wenn sie ihre spitzen Schnäuzlein aus den dunklen Löchern hervorstecken, mit gespitzten Ohren und zitternden Schnurrbarthaaren ausspähen, ob nicht irgendwo ein Kater oder ein mutwilliger Junge lauere und argwöhnisch die Luft beschnuppern. Viel bemerkenswerter war seine Kleidung. Man könnte wohl durch keine Mühe und keine Mittel feststellen, woraus sein Schlafrock zusammengesetzt war. Die Ärmel und die Schöße waren dermaßen speckig, dass man sie für Juchtenleder halten konnte, aus dem man Stiefel macht. Hinten hatte er statt zweier vier Schöße hängen, aus denen die Baumwolle in Knäueln herausquoll. Um den Hals hatte er etwas gewickelt, von dem man nicht sagen konnte, ob es ein Strumpf, ein Strumpfband oder eine Bauchbinde war. Jedenfalls war es kein Halstuch. Mit einem Worte hätte ihn Tchitschikow in diesem Kostüm irgendwo vor einer Kirchentüre getroffen, so hätte er ihm sicher eine Kupfermünze gegeben, denn zur Ehre unseres Helden muß gesagt werden, dass er ein mitleidiges Herz hatte und sich niemals enthalten konnte, einem armen Menschen eine Kupfermünze zu geben. Vor ihm stand aber kein Bettler, sondern ein Gutsbesitzer. Dieser Gutsbesitzer besaß über tausend leibeigene Seelen und man müßte lange nach einem zweiten suchen, der solche Vorräte an Getreide und Mehl hätte, dessen Vorratskammern, Scheunen und Tennen mit der gleichen Menge von Leinwandtuch, gegerbter und ungegerbter Schaffälle, getrockneter Fische, Gemüse und Schwämme aller Art angefüllt waren. Jeder, der nur in seinen Arbeitshof hineinblickte, wo Riesenvorräte von Holzwaren und Geschirr jeder Art, die niemals in Gebrauch kamen, aufgestapelt waren, müßte sich auf den Moskauer Holzmarkt versetzt glauben, wohin sich alltäglich die tüchtigen Schwiegermütter von ihren Köchinnen gefolgt begeben und wo ganze weiße Berge von genagelten, gedrechselten, geflochtenen und gebastelten Holzwaren schimmern. Fässer, Halbfässer, Zuber, Büchsen, Kannen, mit und ohne Nasen, Krüge, Behälter, in denen die Weiber ihre Waschlappen und sonstigen Kram verwahren, Kästen aus dünnen, gebogenen Espenbrettern, Gefäße aus Birkenrinde und viele andere Dinge, die das reiche wie das arme Russland braucht. Wozu brauchte aber Pluschkin eine solche Menge derartiger Erzeugnisse? Seinen Lebtag könnte er sie nicht mal in den beiden großen Gütern, die er hatte, aufbrauchen, aber auch das schien ihm noch zu wenig. Er gab sich mit diesem Besitz nicht zufrieden. Jeden Tag ging er in die Straßen seines Dorfes, blickte unter alle Brückchen und Stege und nahm alles, was ihm in die Augen fiel, mit. Eine alte Schuhsohle, einen Weiberlumpen, einen Eisennagel, einen Topf Scherben und tat es in den Haufen, den Tschitschikow im Winkel seines Zimmers bemerkt hatte. Da geht der Fischer schon wieder auf den Fang, sagten die Bauern, wenn sie ihn so gehen sahen. Und in der Tat, hinter ihm brauchte man die Straße nicht mehr zu kehren. Wenn ein vorbeifahrender Offizier zufällig einen Sporen verlor, so wanderte dieser sofort in den bewussten Haufen. Wenn ein Bauernweib beim Brunnen ihren Eimer vergaß, so schleppte er auch den Eimer weg. Wenn ihn übrigens ein Bauer dabei ertappte, so widersprach er nicht und gab den geraubten Gegenstand wieder heraus. War aber der Gegenstand schon in den Haufen geraten, dann war es aus. Er schwor, dass der Gegenstand sein Eigentum sei, dass er ihn dann und dann und von dem und dem gekauft oder von seinem Großvater geerbt habe. Auch in seinem Zimmer hob er alles vom Boden auf, was er nur sah, ein Entchen Siegellack, ein Fetzchen Papier, ein Federchen und legte alles auf den Sekretär oder auf die Fensterbank. Und doch gab es eine Zeit, wo er nur ein sparsamer Hausherr gewesen war. Er hatte eine Frau und eine Familie gehabt, und mancher Nachbar suchte ihn auf, um bei ihm zu Mittag zu essen, seine Belehrungen zu hören und von ihm die Kunst der Hauswirtschaft und weise Sparsamkeit zu lernen. Alles floss lebendig und im Gleichtakt dahin. Die Mühlen und die Walkwerke bewegten sich, die Tuchfabriken, Hobelbänke und Webstühle arbeiteten. In alles drang das scharf blickende Auge des Hausherrn ein, und wie die fleißige Spinne lief er unruhig, doch tätig, von einem Ende seines Spinngewebes zum anderen. Seine Gesichtszüge spiegelten keine allzu starken Gefühle wieder, doch aus seinen Augen lugte Klugheit hervor, seine Worte zeugten von Erfahrung und Weltkenntnis, und der Gast hörte ihm mit Vergnügen zu, die gesprächige und freundliche Hausfrau war wegen ihrer Gastfreundschaft berühmt. Der Gast wurde von zwei lieblichen blonden Töchtern empfangen, die so frisch waren wie zwei Rosen. Sein Söhnchen, ein aufgewecktes Kind, lief jedem Gast entgegen und küßte ihn, ohne danach zu fragen, ob es diesem angenehm war oder nicht. Im ganzen Hause standen die Fenster offen, im Zwischenstock wohnte der französische Hauslehrer, der sich wunderbar zu rasieren verstand und ein glänzender Schütze war. Jeden Tag brachte er Birkhühner oder Wildenten zu Mittag, zuweilen auch nur Sperlingseier, aus denen er sich eine Eierspeise machen ließ, die außer ihm kein Mensch im Hause aß. Im gleichen Zwischenstock wohnte auch eine Landsmännin von ihm, die Erzieherin der beiden jungen Mädchen. Der Hausherr selbst erschien bei Tisch, stets in einem langen Rock, der zwar etwas abgetragen, sonst aber sauber war, die Ellbogen waren in Ordnung und am ganzen Anzug war nichts geflickt. Doch die gute Hausfrau starb. Ein Teil der Schlüssel und mit diesen auch ein Teil der kleinen Sorgen fielen ihm zu. Plushkin wurde unruhig und wie die meisten Witwer argwöhnischer und geiziger. Auf seine ältere Tochter Alexandra Stepanowna konnte er sich nicht in allen Dingen verlassen und hatte auch Recht, denn Alexandra Stepanowna brannte bald darauf mit einem Stabsrittmeister von einem Gott weiß welchen Kavallerie-Regiment durch und ließ sich mit ihm in aller Eile in irgendeiner Dorfkirche trauen, da sie wußte, dass ihr Vater alle Offiziere aus dem seltsamen Vorurteil heraus, dass sie sämtlich Kartenspieler und Verschwender seien, nicht leiden konnte. Der Vater schickte ihr seinen Fluch nach, unternahm aber nichts, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Im Hause wurde es nun noch leerer. Der Besitzer zeigte immer Meergeiz. Die silbergrauen Fäden, die treuen Begleiter des Geizes, die in seinen rauhen Haaren aufblitzten, ließen diesen sich noch mehr entwickeln. Der französische Hauslehrer wurde entlassen, weil der Sohn schon in den Staatsdienst treten sollte. Auch die Madame wurde davongejagt, weil es sich zeigte, dass sie an der Entführung Alexandra Stepanownas nicht unbeteiligt war. Der Sohn, den der Vater in die Gouvernementsstadt geschickt hatte, damit er im Rentamte den eigentlichen Staatsdienst kennenlerne, trat stattdessen in ein Regiment ein und schrieb seinem Vater nach vollzogener Tatsache einen Brief, in dem er ihn um Geld für die Uniformierung bat. Es versteht sich von selbst, dass er nur das bekam, was man im Volksmunde eine Feige nennt. Schließlich starb auch die jüngere Tochter, die ihm noch geblieben war, und der Alte stand auf einmal als der Behüter, Verwalter und Besitzer seiner Reichtümer ganz allein da. Das einsame Leben gab seinem Geiz, der bekanntlich einen Wolfshunger hat, und umso unersättlicher wird, je mehr er verzehrt reichliche Nahrung. Die menschlichen Gefühle, die in ihm auch ohnehin niemals tief gewesen waren, schwanden von Stunde zu Stunde und jeden Tag ging in dieser Ruine etwas verloren. Nun musste es sich gerade um diese Zeit wie zur Bestätigung seiner Ansicht von den Offizieren treffen, dass sein Sohn große Verluste im Kartenspiel hatte. Er schickte ihm seinen aus tiefster Seele kommenden väterlichen Fluch und interessierte sich von nun an nicht mehr, ob er noch lebe. Mit jedem Jahr verringerte sich die Zahl der offenen Fenster in seinem Hause und zuletzt blieben nur noch zwei übrig, von denen das eine, wie es der Leser schon sah, mit Papier überklebt war. Mit jedem Jahre verlor er die Hauptzweige seiner Wirtschaft immer mehr aus dem Auge und wandte seine ganze kleinliche Aufmerksamkeit den Papierchen und Federchen zu, die er vom Fußboden auflas. Immer unnachgiebiger wurde er gegen die Leute, die zu ihm kamen, um die Produkte seiner Wirtschaft zu kaufen. Die Käufer versuchten anfangs noch zu handeln und zu feilschen, gaben ihn aber schließlich ganz auf und sagten, dass er ein Teufel und kein Mensch sei. Das Heu und das Getreide verfaulten. Die Heu- und Getreideschober verwandelten sich in reinsten Mist, so dass man auf ihnen sogar Kohl bauen konnte, das Mehl wurde in den Kellern zu Stein, so dass man es mit dem Beil bearbeiten mußte. Das Tuch, die Leinwand und die anderen hausgewebten Stoffe durfte man gar nicht anrühren, sie zerfielen zu Staub. Er wußte selbst nicht mehr, was und wie viel er besaß, und erinnerte sich nur noch daran, dass an einer bestimmten Stelle im Schrank eine Flasche mit einem Restchen Likör stand, auf der er selbst ein Merkzeichen angebracht hatte, damit niemand hinter seinem Rücken auch einen Tropfen austrinke. Auch wußte er noch, wo ein Federchen oder ein Entchen Siegellack lag. Die Wirtschaft brachte aber den gleichen Ertrag wie früher. Jeder Bauer mußte genau wie früher den gleichen Zins entrichten. Jedes Bauernweib hatte noch immer die gleiche Menge Nüsse abzuliefern und die Weberin die gleiche Menge Leinwand herzustellen. Das alles kam in die Vorratskammern, wo es verfaulte und zerfiel. Und so wurde er mit der Zeit auch selbst zu einer durchfaulten Stelle an der Menschheit. Aleksandra Stepanowna kam zweimal mit ihrem kleinen Sohn zu ihm gefahren und versuchte, von ihm wenigstens etwas zu bekommen. Das Wanderleben mit dem Stabsrittmeister war wohl gar nicht so anziehend, wie es ihr vor der Hochzeit erschienen war. Plushkin verzieh ihr, ließ sogar seinen kleinen Enkel mit einem Knopf, der auf dem Tische lag, spielen, gab ihr aber keinen Pfennig Geld. Das nächste Mal kam Aleksandra Stepanowna mit zwei kleinen Kindern und brachte ihm einen Stollen zum Tee und einen neuen Schlafrock mit, denn der alte Schlafrock ihres Vaters befand sich in einem Zustand, dass es nicht nur ein Jammer, sondern auch eine Schande war, ihn anzusehen. Plushkin nahm die beiden Enkelsöhne freundlich auf, setzte den einen auf sein rechtes und den anderen auf sein linkes Knie und ließ sie wie auf richtigen Pferden reiten. Den Stollen und den Schlafrock nahm er an, gab jedoch seiner Tochter nichts und so zog Aleksandra Stepanowna, ohne etwas erreicht zu haben, wieder ab. So eine Art Gutsbesitzer stand also vor Tschitschikow. Es muss festgestellt werden, dass derartige Erscheinungen in Russland recht selten sind, wo alles eher die Tendenz hat, ins Uferlose zu gehen, als zusammenzuschrumpfen. Umso erstaunlicher ist so eine Erscheinung, wenn gleich in der Nachbarschaft ein Gutsbesitzer wohnt, der sein Leben mit echt russischem Schwung und der ganzen Breite seiner Natur genießt. Ein Neuankömmling bleibt erstaunt vor seiner Behausung stehen und fragt sich, was für ein regierender Prinz mitten unter diese kleinen, farblosen Besitzer geraten sei. An Schlösser gemahnen seine weißen, steinernen Häuser mit den zahllosen Schormsteinen, Aussichtstürmen, Wetterfahnen von einer ganzen Herde von Seitenflügeln und Wohnhäusern für die Gäste umgeben. Was fehlt ihm noch? Da gibt es Theater und Bälle, die ganze Nacht leuchtet der mit Lämpchen und Festfeuern illuminierte von Musik erfüllte Garten. Das halbe Gouvernement geht aufgeputzt und lustig unter seinen Bäumen spazieren und keinem Menschen fällt das Wilde und Drohende dieser Beleuchtung auf, wenn aus dem Dickicht ein von künstlichem Licht beleuchteter, seines natürlichen Grüns beraubter Ast theatralisch hervorlugt, oben aber umso dunkler, strenger und zwanzigmal drohender, der nächtliche Himmel erscheint und die ernsten Baumwipfel hoch oben mit ihren Blättern zitternd und tief in die undurchdringliche Finsternis ragend, sich über das falsche Licht empören, das unten ihre Wurzeln bestrahlt. Ende von Abschnitt 11 Gelesen von Eva K.